Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, ihr Lieben da draußen. Hallo, liebe Community. Hallo, lieber Chat. Und bevor wir unseren besonderen Gast heute begrüßen, begrüße ich natürlich noch den lieben Jens, mein Co-Host. Hallo Jens. Guten Abend, Patrick. Und wie ihr schon seht und wie wir auch schon angekündigt haben, haben wir heute einen speziellen Gast bei uns. Wir freuen uns sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat für uns. Hallo, liebe Katja. Hallo, aus Hamburg. Hi, grüße dich. Für die, die dich noch nicht kennen sollten, vielleicht noch mal ganz kurz vorgestellt. Katja, Katja Diehl. Ich würde sagen, im Moment, die zumindest die spannendste, interessanteste Mobilitätsexpertin, die Deutschland so zu bieten hat, die sozusagen auch wirklich outside the box sich traut zu denken und zu sprechen vor allen Dingen und auch in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Autorin eines sensationellen Buches Autokorrektur, wo du all diese Gedanken, die du sonst auch formulierst, in deinen Podcasts, in deinen Texten, auf sozialen Netzwerken, du eigentlich gebündelt in dieses Buch gepackt hast, um mal ein bisschen darüber zu schreiben, was sich in Sachen Mobilität in diesem Land und vielleicht auch in ganz vielen anderen Ländern theoretisch mal verändern sollte, damit wir, ja, nicht nur, sag ich mal, sowas Lapidares wie die Klimakatastrophe irgendwie bändigen und in den Griff kriegen, sondern, ja, in der Tat auch etwas wie, ich würde sagen, ein lebenswerteres Leben in den Städten, Fragezeichen. Ja, da nickt sie. Ja, ja. Keine Einsprüche, euer Ernst. Sehr gut. Ja, ansonsten an den Chat da draußen. Wenn ihr Fragen habt an uns oder Katja viel mehr, dann meldet euch. Und wir haben wie immer Folgendes geplant. Also am Anfang gehört die Bühne komplett unserem Gast. Und Katja hat dankenswerterweise was vorbereitet, nämlich ganz viele schöne Folien, wo wir schon reinspitzen durften. Und die wird sie uns heute präsentieren, darüber etwas erzählen. Und wie immer gilt für euch letztendlich, wenn ihr Fragen habt, am besten Frage-Doppelpunkt, weil ihr quatscht ja ganz gerne untereinander im Chat. Deswegen, damit wir sehen, wenn ihr Fragen an uns oder Katja habt, Frage-Doppelpunkt in die Frage stellen. Und wir dürfen dich schon auch zwischendrin unterbrechen, oder Katja? Ja klar, alles gut. Ist ja Design und Desaster. Eben, beides in einem. So, es gibt schon die erste Frage im Chat. Dürfen wir Volker Wissing bashen? Ich weiß nicht, das ist relativ... Ist das überhaupt noch eine Herausforderung? Ich weiß nicht. Ja, das ist low-hanging fruit. Und vor allem, man muss auch, glaube ich, unterscheiden beim Begriff bashen. Ich glaube, man kann Kritik üben, auch ohne zu bashen. Da bleibt genügend bei nach. Ich glaube, das ist genau die Auseinandersetzung, die wir brauchen. Es ist tatsächlich... Wenn ich da jetzt auch mal einfach so rein darf, es ist tatsächlich interessant, dass ich so oft so gelesen werde. Ich bäsche Autos, ich bäsche AutofahrerInnen, ich bäsche, bäsche, bäsche. Und das... Ich bin ja seit vier Jahren ungefähr so unterwegs und ich habe das Gefühl, ich muss so viel Achtsames tun, damit ich überhaupt in meinen Botschaften durchkomme. Und das ist kein Bashing, was ich betreibe, sondern das ist etwas, wo ich die Welt zum Guten ja verändern möchte. Aber es ist schon krass. Und das habe ich deswegen auch, habe ich zu Patrick schon gesagt, bin ich ein bisschen eskaliert in den Folien, weil ich einfach mal so eine Basis auch legen wollen würde, was die Fakten angeht. Genau. Und in unserem Format, die, die uns schon kennen, wissen, wenn wir sozusagen in Anführungszeichen bashen, was wir ja eher Kritik nennen, dann geht es eigentlich nicht um die Personen, sondern das, was sie repräsentieren. Also entweder Argumente, die sie vorbringen, Ämter, die sie ausführen. Ich habe ja heute mal so getwittert, von wegen, ich glaube, es liegt nicht an den Ministern selbst, sondern scheinbar ist dieses gesamte Amt funktional kaputt oder in eine gewisse Richtung ausgerichtet, die, sage ich mal, gar nicht so offen gegenüber Mobilität und so weiter ist, sondern einen Fokus hat, nämlich dieses Fahrzeug mit vier Rädern und entsprechend da, ja, in einem Lösungstunnel sich befindet und nicht in einem Möglichkeitshorizont sich bewegt. Und das ist halt sehr, sehr schade, weil wir eigentlich gar keine Zeit mehr haben für, ja, sage ich mal, so eine Mono-Ausgerichtete Mobilitätspolitik, würde ich mal sagen. Aber gut, da wirst du ja jetzt noch ausführlich über die Mobilitätspolitik in Deutschland darüber hinaus uns erzählen. Und, ja, ich würde sagen, Bühne frei, leite uns durch deine wunderbar eskalierenden Folien. Dankeschön erst mal für die Einladung, weil ich solche Formate sehr auch schätze, wo einfach auch mal Zeit ist. ich habe ja gerade einen Auftritt bei Anne Will hinter mich gebracht und da geht es ja letztlich nicht wirklich darum, aufzuklären, sondern die besten Punchlines zu verteilen. also ich war teilweise da auch wirklich, es war so ein bisschen wie ein Autobahnunfall, sage ich jetzt mal, da zu sitzen und zu merken, dass solche Formate halt einfach unjournalistisch sind und unfassbar eklatante Fake News auch im Raum stehen geblieben sind, die ich gar nicht ausräumen konnte, weil die Zeit erstens nicht dafür da war und weil das nichts ist. E-Fuels, ja, da kann ich aus dem Kopf sagen, fünfmal so viel Energie und so weiter, aber ich habe mich nicht getraut, da überhaupt reinzugehen, weil genau diese Aussagen, die sogar in Milch schwimmen, das ist ja genau das. Und da habe ich jetzt im Nachgang mich mit zwei Herren, die da auch zu dem Thema wissenschaftlich arbeiten, wir haben es wirklich Autopopulismus dann auch genannt, weil natürlich es immer einfacher ist, den Status quo zu verteidigen, weil der Status quo ist allen bekannt und das, wo ich Leute hinfahren will, aber nicht mit dem Auto oder hinführen will, ist ja ein bestimmtes Segment oft von unbekannt und unsicher, obwohl die Zeiten, in denen wir leben, einfach glaube ich, nicht mehr so sicher sind, wie wir immer tun. Deswegen hier als Einstiegsbild aus meinem Buch eine gute Freundin von mir hat die Illustrationen gemacht, das, wie ich uns gerade wahrnehme und tatsächlich werde ich ja immer gelesen, die junge, gesunde Hamburgerin, das ist alles drei nicht wahr, weil ich auch im ländlichen Raum lebe und da ist es genauso. Also wenn ich meine Eltern, dann wechsle ich mich mit meinem Bruder halt ab im Emsland, wenn ich die zu Ärztinnen fahre, stehen wir ja so dermaßen im Stau. Es ist unglaublich und auch da sitzen nur jeweils eine Person, die das Lenker fällt, drin. Also auch allein so Sachen wie Fahrgemeinschaften gibt es anscheinend ja nicht mehr. Und meine Freundin, die das illustriert hat, die kennt mich natürlich sehr gut und die brauchten auch nur eine Korrekturschleife, weil sie einfach weiß, wie ich so ticke, was ich in den Dingen auch so zeigen will. Es war mir halt wichtig, ein Buch zu schreiben, was gerne gelesen wird, weil es gibt unfassbar gute Bücher, die sehr wissenschaftlich sind, wo das Papier, dieses spezielle Papier, was so glänzend ist, kennt ihr bestimmt auch, wo die Bücher schon so schwer sind, obwohl sie eigentlich gar nicht dick sind und wo unglaublich viele Grafiken drin sind und unglaublich viel, aber es liest halt kein Mensch. Und ich wollte halt was schreiben mit Autokorrektur, habe auch angefangen dann und dann habe ich meiner Lektoren gesagt, nee, so wie wir es geplant haben, machen wir das bitte nicht, ich werde noch Leute interviewen. Da ist die fast ausgeflippt, weil man ja zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Buch auch abgeben sollte. Aber mir war halt wichtig, nicht über die Menschen zu reden, weil ich kenne all die Menschen, die ich da auch im Buch hätte thematisieren wollen, aber ich habe gesagt, das ist viel stärker, wenn ich denen im Buch auch Sendezeit einräume, die Krankenpflegerin, die alleinerziehende Mutter, die Frau im ländlichen Raum, also all die Tokens, die es so gibt, wo gesagt wird, ich habe es heute wieder gelesen, auf dem Land kann der Handwerker nicht mit dem Lastenrad kommen, wo ich mir denke, warum nicht? Also lasst es uns doch einfach mal, also es ist so, oder dass ich mit zurück in die Höhle, die Feuerwehr, wenn ich jetzt mal angefahren werde, dann kommen die halt auch mit dem Lastenrad, was ich mir denke, lasst euch auch die Gedanken doch einfach mal ein. Deswegen habe ich halt diese Illustrationen dazu genommen, und diese Interviews dazu genommen, weil ich glaube, das ist einfach etwas, was das Ganze ein bisschen erleichtert. Ja, jetzt muss ich euch mal hier so ein bisschen wegschieben, weil ihr steht mir im Weg. Ich mir selber aber auch. So, und jetzt kommen wir mal zu dem, was ja auch bei euch immer so Thema sein sollte. Und das ist natürlich etwas, das kannst du bei einer Stunde Talkshow alles gar nicht unterbringen. Ich muss auch gestehen, bei der Recherche zu meinem Buch habe ich manchmal auch aufgehört, in die Tiefe zu gehen, weil ich habe es nicht mehr ausgehalten, wie tief das Autosystem und damit ja das fossile Antriebssystem auch in unserer Gesellschaft verankert ist. Es gibt noch Gesetze aus der Zeit der Nazis, wo das ja auch alles angefangen hat und so. Es gibt Tricks und Kniffe, wie die Straßenverkehrsordnung eigentlich eine Autofahrordnung ist und so weiter. Und es gibt das hier ohne die EU. Und ich bin echt bei allem, was da auch an den Außengrenzen passiert, trotzdem überzeugte Europäerin. Weil ohne die EU wäre in der Verkehrswende von Deutschland noch gar nichts passiert. Die EU hat diese Grenzwerte beschlossen, wo ihr heute vielleicht auch lesen konntet, dass Volker Wissing, unser Bundesverkehrsminister, jetzt auch schon wieder sagt, wir dürfen nicht so streng sagen mit Euro 7 und den Abgasnormen. 2021 festgelegt, durchschnittlich 95 Gramm pro Kilometer. Und dann gucken wir jetzt mal hin auf die Kurve grün. Das ist sozusagen das, was sein sollte. Und das Rote ist das, was passiert. Und das ist halt was, das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen, dass es möglich ist in Deutschland, wo alle Sektoren ja ihren Beitrag leisten, dass ein Verkehrssektor steigende Emissionen verzeichnet. Und da auch nochmal die Erinnerung, Dinge wie Pariser Klimaschutzvertrag sind ein Kompromiss gewesen. Also da hat keiner, der sich auskennt, mit Klima gejubelt und gesagt, so schaffen wir es auf jeden Fall. Sondern das ist ein Kompromiss, der das Schlimmste verhindern soll, so ungefähr. Also gemütlich drunter zu bleiben, wäre eigentlich gut gewesen. Und das sind halt so Fakten, die mich fassungslos machen. Weil was ich verstehen kann, ist auch, dass der Gebäudesektor, dass das schwierig ist, weil da geht es viel um Altbestand, da geht es viel darum, da habe ich mal bei so einer Veranstaltung noch mit drin gesessen, dass rein faktisch auch wirklich alte Häuser alten Menschen gehören, die sagen, lohnt sich nicht, das zu dämmen und so weiter. Das hier allerdings konnte man regulatorisch ja ganz anders angehen. Und wenn man dann sieht, so, jetzt will ich hier raus, so. Und da ziehe ich auch wirklich immer wieder gerne meinen Hut, wie gut die lobbyieren und wie gut die da auch ihre Dinge so voranbringen. Was wurde gemacht mit diesem Ziel? 95 Gramm. Es wird auf die gesamte Flotte berechnet und schwere Autos zählen nicht wirklich rein. Also so, so wo du denkst, ja, das ist total logisch. Und deswegen hat unter anderem Volkswagen hier vor, ich weiß gar nicht, zwei Jahren, drei Jahren auf einmal 800, glaube ich, vollelektrische VW E-Ups hier reingestellt mit ihrem betriebseigenen Volkswagen Carsharing, Greenwashing, um die Flotte Grenzwerte zu drücken. Also um ihre eigenen Werte zu drücken in einer Stadt, in der damals 1300 öffentliche Ladesäulen überhaupt existierten. Und da sind hier die Menschen, die vollelektrisch unterwegs sind, als Privatpersonen natürlich die Bände hochgegangen, haben gesagt, wie soll das funktionieren? Aber solche Sachen machen die dann und dann machen sie halt so ein Produkt und dann steht auf dem Plakat von diesem Carsharing-Anbieter mit gutem Gewissen zur Klima-Demo. Ja gut, wir wissen bei VW ja, dass sie sehr kreativ sind, manchmal zu kreativ mit einem Bein im Knast. Beispielsweise, ja. Also wenn man sozusagen die Grenzwerte nicht mehr mit solchen Tricks, Flotten, Erweiterung, Umschichtung und so weiter, dann greift man zur Not auch mal auf Betrug und so weiter zurück. Aber ich habe tatsächlich eine Frage schon aus dem Chat und zwar diese 95 Gramm, Milligramm oder Gramm, nee, was ist, was war die Maßeinheit? Milligramm wäre schön. Milligramm wäre schön. Hat es Konsequenzen, wenn das nicht eingehalten wird? Also abgesehen natürlich von den Konsequenzen, die es hat, dass die Umwelt verschmutzt wird, aber gibt es sozusagen von der EU irgendwelche Dinge, die sie dann tun können, wenn das überschritten ist? Das ist natürlich jetzt 2021 auch was eingeführt worden und eigentlich müssen tatsächlich die Länder dafür Sorge tragen. Das ist ein europaweiter Grenzwert. Aber es ist natürlich so ähnlich wie seit dem 1.1. letzten Jahres europaweit barrierefreier ÖPNV vorgeschrieben ist. Ein tolles Papier. Will heißen, okay, wir springen jetzt einfach mal ein bisschen, weil das ist auch eine Nachricht, die ich immer wieder sage, wir brauchen Führungskräfte. Also wir können uns nicht einfach Ziele geben und dann aber sagen, ja, erreichen wir halt nicht. Das geht nicht. Also so eine Sache wie diese 95 Gramm ist einfach festgeschrieben, aber es bleibt natürlich ein zahnloser Tiger. Erstens, wenn du solche Kniffe zulässt und zweitens, wenn du einen Bundesverkehrsminister hast, wer nicht die Industrie dazu bringt, ähnlich wie mit einem Cut oder ähnlich wie mit einem Gurt. Das waren ja auch alles Sachen, wenn man sich die alten Berichterstattungen anschaut, da gingen ja auch die Leute die Wände hoch, dass man Cut, das geht ja gar nicht und dann konnten sie aber in der Industrie, als es dann Pflicht wurde, einen Cut zu haben, da haben die Bänder bei VW noch nicht mal stillgestanden wahrscheinlich, weil sie sich eh darauf vorbereitet hatten. Also es braucht hier, finde ich, und das fehlt, eine, eine, wie soll ich sagen, Bundes- und Landespolitik, die in dem Sinne arbeitet, dass sie solche Dinge auch ernst nimmt. Und solange das nicht passiert, ist es, ist es, ja, einfach ein Versprechen und ich glaube schon, ich bin jetzt gerade aktuell nicht tief drin, aber ich glaube schon, dass es da Strafzahlungen und Ähnliches gibt, aber das ist dann ja auch egal. Wir haben es ja, zur Not. Wir dürfen ja nicht vergessen, das hat es ja Anfang der 2000er auch schon mal gegeben, diese Initiative und dann 2013, da war man auch schon relativ weit in den Legislativ Bereichen, also in Prozessen und dann hat ja damals auch Betreiben von Merkel, da ja tatsächlich so ein Cut stattgefunden, wo man gesagt hat, machen wir dann doch nicht so. Also das ist immer wieder mal ein Thema und gleichzeitig kommt das Ganze ja auch unter Druck in dem Moment halt irgendwie durch Steuern und dann irgendwie irgendwann durch weitere CO2-Abgaben, die dann entweder reinfallen und eben das Benzin teurer wird und so. So oder so bleibt aber dieser Durchsetzungsbereich, dass ich wirklich ein Interesse daran habe, da weiterzukommen, bleibt aus. Und das ist halt eben, da kommen wir glaube ich am Ende auch nochmal drauf, liegt das daran, weil die Leute böse, verrückt oder doof sind oder liegen da einfach handfeste Interessen dahinter. So und dann muss man eben die Frage stellen, so wer entscheidet hier für wen? So und dann kann man ja mal die Karten offenlegen. Ja und es gibt ja auch immer wieder, also jetzt kann es vielleicht dann, dass ich Sachen zweimal erzähle, aber ich denke, wenn wir so gut im Gespräch sind, dann wäre es jetzt auch Quatsch, das nicht zu sagen. Es gibt ja auch immer wieder, der Markt will das doch aber. Die Leute wollen noch SUV fahren. und da ist es folgendermaßen gewesen, der sogenannte Umweltbonus, den ich nur Elektroautokaufprämie nenne, kam und die ersten, ich weiß gar nicht, ob vier oder fünf Plätze belegten Kleinwagen. Der E-App, der Smart und andere. Jetzt kann man sagen, ja, weil wahrscheinlich zu Hause die Frau den Zweitwagen elektrisch gefahren ist, ist aber, finde ich, obsolet, weil alle Autos, also viele Autos einfach mal in Fragezeichen dran kann und dann haben sie die vom Markt genommen. Den E-App gab es eine Zeit lang nicht mehr, der Smart kommt, glaube ich, 2025 wieder und das ist halt was, wo der Markt halt dereguliert ist auch. Es sind viele deregulierende, also ich glaube, das Auto, wenn es wirklich auf dem Markt wäre, ich weiß gar nicht, welches Produkt weiter weg ist vom normalen Markt als das Auto, aber da hat man gemerkt, da kam eine Nachfrage, die die Autoindustrie gar nicht pushen wollte und jetzt sind wir ja in dieser absurden Situation, dass wir diese riesigen Autos bauen, ja, auch am besten ein Plug-in-Hybrid, die dann mit original verpackten Ladekabel wieder aus dem Leasing kommen und machen ja das Schlechteste aus allen Welten und wo ich wirklich aus dem Bett gefallen bin, ich habe jetzt nachgeguckt, wir sind, glaube ich, erst bei einer Durchdringung der Fahrzeugflotte von 49 Millionen Pkw, die wir haben, ich meine, 1,5 oder 1,7 Prozent sind erst überhaupt voll elektrisch. Ja. Und das kommt natürlich, und da habe ich auch gestern mit einem Journalisten mich darüber unterhalten, der meinte, ja, E-Fuel ist doch super, lass das doch laufen, das wird nachher eh zu teuer. Ich so, nee, der sogenannte Diesel-Dieter wird gerade verarscht, weil wenn der jetzt sich ein neues Auto anschafft, also wirklich die Leute, die relativ lange ihre Autos auch fahren, nicht die Dienstwagen, mein Sieß, der macht eine Investition, die zweitgrößte Investition ist wahrscheinlich nach einer Eigentumswohnung oder einem Hauskauf und dem wird gerade suggeriert, ich kann ja den Verbrenner nehmen, der billiger ist, weil da gibt es ja die E-Fuelz, also auch was bei Anne Will erzählt wurde und das ist was, das kritisiere ich hart, weil das ist Kundentäuschung, das ist, das ist, Leute bewusst auf eine Technologie lenken, die nicht zukunftsgerecht ist, plus, dass sie wahrscheinlich irgendwann eine Karre haben, die sie gar nicht mehr bezahlen können, weil das 5 Euro der Liter kostet. Ja, das ist glaube ich ein ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da würde ich gerne mal direkt auch schon vorgreifen und da hätte ich... Also wir kommen nur bis vor ihr vier Leute, das ist so leid. Lass mir noch einen Satz, weil jetzt verstehe ich das, warum E-Fuel? Also wir hatten ja in der letzten Sendung über E-Fuel so ein bisschen gesprochen, was für ein Blödsinn das eigentlich ist, weil nicht skalierbar etc. Und ich dachte immer, das wäre quasi eine Verzögerungstaktik, um zu sagen, wir tun ja schon was und irgendwann können wir irgendwie umrüsten, aber so macht es ja noch viel mehr interessensgeleitet Sinn, nämlich zu sagen, ich verkaufe weiterhin meine Verbrennerfahrzeuge. Genau. So. Aber jetzt so. Genau das, also ich kann und brauche und sich nichts ändern und das ist quasi dann damit so der Paradigmenwechsel, der durch das andere kommt, halt eben nicht mehr dabei. Wir hatten ja auch so dieses, wo besteht denn die deutsche Automobilindustrie ja für irgendeine Art von Form und Designsprache und zweitens halt für einen besonderen Antriebsstrang, der eben besonders effizient ist. Und wenn ich jetzt diese Designsprache, da ist Deutschland jetzt auch nicht mehr so führend, also ist dann noch das Brand, was halt irgendwie was mitverkauft und dann dieses von wegen, wie schnell fährt es denn und wie effizient ist das denn, das kannst du eben alles heften, weil so ein Elektromotor eben aus ganz, ja, ganz anderer Art von Ingenieursleistung, die da drin steht. Das kann man also auch leichter woanders herstellen. Das heißt, die deutsche Automobilindustrie, die steht und fällt halt eben auch mit diesem Teil des Antriebsstranges halt eben im Premium-Bereich insbesondere und da hast du dann eben vitales Interesse daran, dass es eben genau so bleibt. Und das, was Katja gerade gesagt hat, ist glaube ich ganz wichtig, weil Scheiß auf die Automobilindustrie, wo wir ja wissen, dass es eigentlich ein Automobil-Krimineller-Komplex ist und das wissen wir schon seit 25 Jahren. Also da gibt es ja, es ist ja voll, also jedes Jahr ist ja irgendein Skandal von irgendwie Betriebsräten, die geschmiert werden, von eben Leuten, die dann irgendwie falsche Abgasreinigung verkauft werden und so weiter. Das ist einmal im Jahr ist immer irgendwie ein Skandal, wo du weißt, eigentlich müsstest du da komplett einmal durchkärchern. Das ist für mich schon schlimm genug, aber das andere ist halt, Politiker machen hier etwas, was nicht in Ordnung ist, weil ab 2035 ist Verbrennerverbot. Wenn man das jetzt wieder aufweichen würde, dann hast du trotzdem 2045, wo wir gesagt haben, dann wollen wir komplett klimaneutral sein. Wenn du sagst, du möchtest diese ganze Fahrzeugflotte von Dutzenden Millionen Fahrzeugen auf E-Fuels umrüsten, dann hast du ja den Leuten Blödsinn erzählt, weil, und das haben wir beim letzten Mal ja gelernt und durchdekliniert, du niemals so viele E-Fuels haben wirst. Also das bisschen, was du an E-Fuels haben willst, das wirst du wahrscheinlich in einem Flugzeug vertanken, vielleicht noch irgendwo im Bereich von speziellen LKW und auch da eher wahrscheinlich was anderes. Also ist das kompletter Blödsinn. Und dieser ganze Quatsch von wegen Technologieoffenheit soll natürlich auch darin einzahlen, damit man weitermacht mit diesen ganzen anderen Sachen und dafür rahmensetzende politische Entscheidungen aus dem Weg geht. Aber ganz klar ist es, dass man diese Art von Entscheidung ja braucht. Genauso wie man mal Entscheidungen getroffen hat, ja wir wollen in diese Richtung das gehen oder wir wollen zum Beispiel hier Straßen machen, was ja auch eine fahrtabhängige Entscheidung ist. Genauso muss man da eben auch sagen, dieses so, was ist denn aus Sicht von kommenden Generationen am besten? So, was macht denn da am meisten Sinn? Und da wissen wir halt einfach, da ist E-Mobilität konkurrenzlos besser. Und da war ja wirklich, weil wir hatten das ja eben mit dem Bashing, da war wirklich der Moment, wo Herbert Diess gehen durfte und Herr Blume kam und Herr Blume gibt das erste Interview und spricht von E-Fuels. Und da habe ich gesagt, ich habe die Schnauze an mir nicht voll, dass wir hier, was machen wir hier? Und dann hat mir ja, ich darf sie nicht so nennen, aber ich nenne sie so die Elektro-Auto-Fan-Boy-Bubble, erklärt Katja, guck dir mal die Zahlen hier an bei Volkswagen, der Kurs ist klar, die wollen voll elektrisch, ist mir scheißegal, was du mir jetzt erzählst. Wenn ein solcher Typ in dem ersten Interview, was er gibt, als neuer Chef von Porsche kommen, die ja auch ihre E-Fuels-Geschichte haben, wegen den alten Porsches, wenn er in diesem ersten Interview E-Fuels einfach nicht loslassen kann, also der hätte ja über tausend Dinge sprechen können, aber nein, er hat auch E-Fuels zu betreiben, dann ist das ein bewusster Akt. Ja. Dann ist das etwas, wo er Fähle einrammt und wo er wieder meine Hintertür öffnet. Und da war Herbert Diess anders, der hat ja voll elektrisch, der macht ja jetzt wahrscheinlich auch in Solarenergie, was ich voll spannend fand. da hatte ich auch immer noch genug Kritikpunkte, aber das hatte er für sich klar. Und das war was, wo ich einfach gedacht habe, amilig geht es hier los mit Verbrauchertäuschung. Und das ist nicht in Ordnung. Ja, und dann diese ganze Verbindung zu Christian Lindner und so, und dass er dann auch mal in der gemeinsamen Konfrontation so ostentativ so getan hat, als würde er jetzt ja E-Fuels nicht mehr gut finden und so. Nein, nein. Also dieses Ganze von wegen, ich interpretiere das aufgrund von irgendwelchen Verlautbarungen oder irgendwelchen Zahlen oder so. Natürlich will man für die Zukunft gerüstet sein und gleichzeitig möchte man, wenn man selbst entscheiden könnte oder Einfluss auf Entscheidungen nehmen kann, natürlich die alte Welt erhalten und solange es geht. Und da macht das überhaupt keinen Sinn, so magisches Denken oder so hoffnungsvolles Denken da reinzubringen in so ein Kalkülabwägung und dann zu sagen nach dem Motto, naja, aber die haben ja auch Elektroautos. Deswegen werden die das ja nur einfach zufällig so gesagt haben. Nein, nein. Das ist ganz klar, ganz spezifisches Sickenling. Ja, aber da wirst du als Frau echt belehrt. Also ich glaube schon, das hat auch was mit meinem Geschlecht zu tun. Und da sagen die Typen dir, nee, 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 Katja, das geht jetzt gar nicht. Jeder, der dich kritisiert, ist sofort ein Sexist. Ich sage, nee, das ist nicht so. Ihr redet nur gerade meine Expertise und meine Einschätzung, vor allen Dingen als Kommunikationsfachfrau hier klein. Wenn ich einen neuen Chef habe, der Vorstandsvorsitzende wird von so einer Riesenbumsbude, dann briefe ich den von rechts nach links. Da werden ja Treffen einberufen und ich sage, ja, wie machen wir das jetzt? Wie installieren wir den? Und das ist sowas, wo ich immer wieder merke, genau was du sagst, dieses magische Denken. Wo ich auch immer sage, E-Fuels, also ich verteidige, ich mache noch einen Podcast, habe ich gesagt, 2023 zum Haken dran an Antriebswende. Ich will da nicht mehr drüber reden. Es ist echt nicht mein Shitjob, diese Scheiße noch zu retten, was da gerade passiert. Ich mache jetzt auch mit einer Frau, die sich da super auskennt, so ein Bullshit, Bingo, Wasserstoff, warum nein? E-Fuels, warum nein? Und natürlich sage ich, alle Autos, die wir noch fahren werden, werden voll elektrisch, weil alles andere haben wir eh verpennt. So. Da braucht ihr mich auch nicht kommen, das ist jetzt wieder Lithium und wie auch immer. Erdöl betriebene Autos sind auch nicht aus Einhorn-Pups. Also das ist auch so, wo ich so denke, ja, da wird gerade ein Krieg drum geführt. So. Aber da merke ich immer wieder, dass sie das magische Denken und dass die Leute, die jetzt so vielleicht mit Mitte 30 jetzt auch einen Job in der Autoindustrie haben, das irgendwie auch wollen, dass das so bleibt. so. Ja. Ja, das ist tatsächlich dieses, man kann sich die Welt ohne, also mit Veränderung oder dieser veränderten Form noch gar nicht richtig vorstellen. Also ich habe hier... Ja, too big to fail auch, oder? Also das ist ja auch so, dass die Gefahr... Und da würde ich auch gerne mal ganz kurz hinterher... Also ich habe nämlich diese Diskussion, die habe ich... Ich habe 2007 mal einen großen OEM beraten und da hat man mir damals gesagt, dieses, wissen Sie ja, Bruder, unser Thema ist ja eigentlich Mobilität. Und dann war dann bei uns dann die Frage dieses so, ja, wenn das das ist, dann müsste vielleicht aufhören mit Blechpressen, oder? Und dann eher über etwas anderes nachdenken. Und da war dann am Ende die Leute, die sich dann mit Zukunft und Nachhaltigkeit beschäftigt haben, tatsächlich die, die dann ein bisschen in die Rüge geguckt haben, weil nämlich drumherum das System halt immer noch ausgerichtet war auf Blechpresse und auch das alte System wie bisher. Und das ist ja genau das Thema. Ich würde nämlich gerne einmal ganz kurz bei dem, was du gerade gesagt hast, nämlich nochmal hinterher. Es gibt da eine ganze Reihe von Lügen, so. Und eine davon ist ja genau dieses, ist, dass man irgendwie sagt von wegen, okay, das ist jetzt ja aber ganz bedeutend, wenn wir an der Automobilindustrie, wenn sie weg ist, dann sind wir quasi tot. Und wenn sie sich verändert, sind wir halbtot. Und deswegen darf sie dann, und das ist halt irgendwie Angstmacherei, die hat man so mit irgendwie, mit Schröder, wurde das ja ganz bedeutend, dann auf einmal, also wirklich so, dass man gemerkt hat, so Autokanzler und so kam da ja auch, so bei cool war das noch ein bisschen was anderes, dass das auf einmal dann so hochgehypt worden ist. Und wenn man dann irgendwie schaut, jawohl, das ist der bedeutendste Industriezweig, aber Industrie macht auch inzwischen nur noch 25 Prozent der Gesamtwertschöpfung aus. Das heißt, 75 Prozent von Deutschland hat mit Industrie überhaupt nichts zu tun. Das macht mich so fertig, übrigens nach drei Jahren Pandemie, dass wir immer noch die Autoindustrie, Schlüsselindustrie nennen. Und ich finde es so geil, dass Fridays for Future mit den Beschäftigten der Nahverkehrsunternehmen ja streiken wird. Also es ist so ein geiles Signal, finde ich, diesen Begriff von Schlüsselindustrie endlich mal in die richtige Richtung zu lenken, nämlich die Leute, die unseren Laden am Laufen halten und nicht die Leute, die tolle Spaltmaße machen. Viel besser als Tesla. Ja, eben. Und das nur ganz kurz, um den Punkt nochmal einen Schritt weiter zu gehen, dieses insgesamt Brutto-Wertschöpfung liegt, glaube ich, irgendwie bei 5 Prozent. Das ist immer so schwierig, weil man dann ja auch immer gucken muss, was ist Vorkette und was gehört da noch dazu und so. Dann ist man aber maximal bei 7,7 von irgendwie Gesamtwertschöpfung in Deutschland. Also wirklich verschwindend gering. Und bei einer Exportquote von über 70 Prozent, also das meiste geht sowieso raus ins Ausland. Und man weiß, weltweit ist der Shift in Richtung Elektro schon da. Dann tötet man aus kurzfristiger Gewinnabsicht einmal unser Klima, zweitens dann hier die Industrie und auch im Prinzip seine Zukunft. Also das ist der Abwehrkampf einer Dinosaurier-Industrie, die irgendwie zu schwierig ist, sich selber neu zu erfinden. Und das ist irgendwie, das ist richtig gruselig, weil sie halt versucht, irgendwie in den Todeskampf uns noch mitzureißen. Das ist echt crazy. Zumal ja diese ganze Zuliefer, ja, diese ganze Zuliefer-Gemengelage, wenn die jetzt sagt, wir sind ja abhängig von Automobil und so weiter, stelle ich mir in meiner Naivität allerdings so vor, dass wenn wir jetzt, wir müssten ja für öffentlichen Nahverkehr etc. andere Dinge bauen. Was ist denn so schwer daran, da Zulieferteile zu produzieren und so weiter. Also selbst dieses Argument würde ich nicht zählen lassen, zu sagen, hier am Auto hängen so und so viele andere Teilebauer und so weiter. Ja, die können ihre Maschinen heutzutage, glaube ich, schon relativ gut umstellen, damit sie halt andere Teile bauen, die wir vielleicht eher gebrauchen könnten in diesem Kontext. Ich habe noch eine Frage von Nicole aus dem Chat. Sie sagt, ich habe keine Ahnung von Autoherstellung vorweg, aber ist es denn nicht egal, ob Verbrenner verkauft werden oder umweltfreundlichere Fahrzeuge? Ja, das ist ja das, was wir eben schon so ein bisschen diskutiert haben. Da hängt natürlich beim Verbrenner viel mehr dran. Da sind so viel mehr bewegliche Teile. Da ist so viel mehr an Reparatur. Also ein Elektroauto ist ja auch wartungsärmer. Dann will ich auch gar nicht beleuchten, wie Autoindustrie mit der Fossillobby zusammenhängt. Da geht natürlich der Treibstoff dann auch verloren. Die Menschen machen sich, wenn es ganz schlimm läuft, vielleicht sogar autark durch eine eigene Photovoltaikanlade, wo sie ihren Tank selber betanken. Also ich wundere mich tatsächlich in den Bereichen, wo ich so tätig bin, warum sie nicht endlich auch was bauen zwischen starrem Linienbus und privatem Pkw, weil das sind für diese On-Demand-Lösungen Fahrzeugmodelle, die wir echt brauchen. Da haben sie hier in Hamburg von Volkswagen Moja, das ist ein Riesentrümmer, wird jetzt endlich mal barrierefrei mit so einer Riesenrampe, wo der eine Fahrer zu mir meinte, den will ich aber gar nicht fahren, weil da macht man die ganze Straße mit zu, plus der hat eine kleinere Batterie, muss öfter geladen werden und wenn ich laden muss, werde ich nicht bezahlt. Das sind alles so Dinge, ich liebe es einfach, mit den Leuten zu reden, die die Sachen dann auch machen und so Klartext reden. Verstehe ich nicht. Also warum so ein Ding, ihr kennt vielleicht das London-Taxi von LEVC, das ist so ein bisschen knubbelig und in London darfst du nur Taxi fahren, wenn du Rollstuhlfahrende mitnehmen kannst, also die haben immer eine Rampe und dieses Ding ist super schlank, ist ein bisschen größer als ein normaler Pkw, würde ich mal sagen, kann sechs Leute mitnehmen, fährt einfach normal hin, Rampe raus, an der Seite und dieser Trümmer von Moja, ich will gar nicht wissen, wie lang der ist, wenn er sich wirklich ausfährt mit dieser Rampe, und das ist was, wo ich richtig diese unbedingt private Pkw bauen wollen, Bleche biegen, tolles Design, den Motor nochmal einen zehntel Prozentpunkt besser machen, wo wir auch schnell bei einer Debatte sind, Blue Color, White Color, weil ich glaube nicht, dass die Leute am Band diejenigen sind, die sich nicht verändern wollen, sondern es sind die Leute in diesem üblichen Konzernsediment und etwas unterhalb der Vorstandsebene, die sagen, es läuft doch, hier haben wir auch gerade keinen Grund, sich zu verändern, also es gibt keine Bestrafung, es gibt nichts. Genau, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, das umliegende System, das schafft da eben keine Urgency dafür, den vielen ist auch gar nicht klar, wie gefährlich das Ganze ist, ob das wir gerade zulaufen und das, was du gerade eben, dieses soziale Teilhabe-Thema ist halt eben auch ein wichtiges, also Ford hat damals das sehr bewegliche Montageband ja auch deswegen hergestellt, weil er eben auch ein Teil von ihm war, dieses, dadurch können sich dann eben auch Leute ein Auto leisten, die an diesem Band stehen und heute ist das eben umgekehrt, das ist halt eben in vielen Fabriken jetzt eben nicht mehr so, weil dann eben Autos deutlich teurer sind, an die wir den Paygrade hinausgehen. Am Ende ist ja die Frage dann, wie wollen wir eigentlich Mobilität organisieren und wir haben heute ja eigentlich Voraussetzungen über Vernetzung, über auch Steuerung, über das ganze Datengeschäft und so weiter und über Antriebe, die halt eben emissionsarm oder tatsächlich emissionslos sind, Möglichkeiten ja wirklich Mobilität total schlau und neu zu denken, ohne dass die halbe Stadt mit nicht gebrauchten Fahrzeugen zusteht und das ist so geil, dass wir uns wirklich diesen, dass wir ja wirklich ein Zukunftskonzept so verweigern. Wir meine ich nicht uns, sondern ich meine halt eben genau diese Ebene von Leuten und Entscheidern, die sich für innovativ halten. Also ich meine auch selbst so etwas wie ein Elektroauto an sich, aber im selben Mobilitätskonzept ist ja auch jetzt nicht wirklich die ganz große Innovation. Wir müssen ja eigentlich nochmal zwei Schritte weiterdenken und deswegen ist das gleich ganz traurig, dass wir eigentlich den dritten Schritt nicht machen, den zweiten nicht, den ersten nicht und eigentlich immer noch bei Null eigentlich nochmal wieder einen Schritt zurück wollen. Das ist halt crazy. Für mich ist halt das Allertraurigste eigentlich, weil ich verstehe die Automobilindustrie. Also ich verstehe Unternehmen, die nach der kapitalistischen Logik handeln, Profitmaximierung mit dem, was ich kann so und möglichst wenig neu investieren, möglichst wenig Innovation und wenn in Innovationen dann unmittelbar in meinem Produkt stecken, was gerade gut läuft, damit es noch besser sich verkauft und sozusagen den Absatz anregen, pipapo. Alles geschenkt, alles völlig nachvollziehbar in diesen Systemlogiken, wo ich überhaupt nicht mitgehen kann, ist sozusagen die politische Rahmensetzung. Also ein Verkehrsministerium, was den Auftrag hat, einer Gesellschaft Mobilität zu organisieren, in gewissen Parametern, in gewissen Rahmenbedingungen. Und eine ganz wichtige Rahmenbedingung ist das Thema Klimaschutz. Das andere, hatte Katja auch schon genannt, Barrierefreiheit wäre so ein Thema, also Teilhaber in der Gesellschaft ermöglichen, Mobilität ermöglichen, unabhängig vom Einkommen und so weiter und so fort. Und dass diese Aufgabe nicht nur überhaupt nicht nachgekommen wird, sondern mit Füßen getreten wird, das ist traurig und macht mich zugleich sehr, sehr wütend. So, komm, eine Folie schaffen wir noch. Genau. Zwei Klimaaktivisten fliegen nach Bali. Mhm. Aha. Und dann gucke ich mir die Linke. Ja. Das ist so interessant, ne? Ähm, und es ist wirklich auch vor dem Hintergrund dieser Ingenieurskunst, ne? Es ist so unfassbar, dass sie ihre eigenen Erfolge erfrisst. Ja. Äh, und die Leute checken einfach nicht, dass 61% von diesem Anteil da, Roadtransportation, wirklich vom privaten Auto kommt. Ähm, das ist, das ist, also erstmal ist Roadtransportation an sich das Problem, aber das Auto ist das, wo wir ran müssen, was die größten Probleme macht im Sinne von CO2. Und dann seht ihr da rechts auf, das hat sich alles entwickelt und im Verkehr haben wir steigende Emissionen. Und dann kommen mir Leute von der FDP und sagen mir, ja, aber das mit den Sektoren, ne? Das ist ja so und so Quatsch. Ähm, das müssen wir ja irgendwie verrechnen. Mhm. Also wenn sozusagen jemand seinen Sektor gut führt und über die Maße reduziert, dann wird er damit bestraft, weil er das ans Verkehrsministerium abgeben soll. Das sind halt so Sachen, wo ich so echt auch nur noch mit dem Kopf schüttle. Plus, dass ich mich gestern, aber da ist mir irgendwann der Schädel auch geplatzt mit diesem ganzen CO2-Zertifikate-Ding. Das ist ja auch was, also ich steige da nicht durch. Ich glaube, es ist auch wieder nichts Legales in dem Sinne, wo ich Rechnung Gerechtigkeit sehen würde. und Tesla verdient ja mehr Geld mit diesen Zertifikaten als mit den Autos. Also es ist alles sehr seltsam und was natürlich, das habe ich jetzt auch gar nicht thematisiert, das Auto ist eben nicht den Auspuff sauber machen. Das Auto ist so viel mehr an Umweltproblemen, an Gesundheitsproblemen, an, also Lärmbelastung und Luftbelastung sind gleichermaßen tödlich. Da kam auch, glaube ich, jetzt die Tage wieder so eine Studie raus, dass es immer nachvollziehbarer ist, dass es wirklich vom Auto kommt. Autoreifen sind die größte Mikroplastikquelle. Das wird sich mit Elektroautos auch nicht viel verändern. Elektroautos sind ab 30 kmh auch mit einem Abrollgeräusch und gerade, wenn ihr mal bei Regen-Elektroautos mitbekommen habt auf einer regennassen Fahrbahn, dann merkt man eigentlich auch keinen Unterschied. also alles an Fakten spricht dafür, ran ans Auto zu gehen. Und die ist uralt, das sieht man auch am Layout, aber leider immer noch passend. Weil es geht um, sieht man ja relativ schnell, einmal um den Fußabdruck im Sinne von Emissionen, einmal aber auch um Raumverbrauch. Und was ich total schön finde, ist, das dritte von links die doppelt besetzte. Das ist halt, und das ist so ganz süß, wenn ich das bei Lesungen so gesagt habe, ja, das halbiert sehr, wenn es zwei, klar, halbiert das den Raum. Aber es sind so, es sind so, also so plakativ, wie das ist, es sind alles Dinge, die wir nicht thematisieren. Da ist der Top-IV, ne, immer noch mit dem meisten Platzverbrauch, natürlich. natürlich sind Walking und Bike am besten und gleichzeitig die Sachen, die wir halt vernachlässigen. Und das habe ich im Rahmen der Bundestags-Petitionen, haben wir das alles so ein bisschen recherchiert, die Tino Pfass und ich ja auch eingereicht hatten, erfolgreich. Das ist auch etwas, wo dann bei Anne Will über Farbenbücher geredet wurde bei Dienstwagen und das ist ja kein Privileg war und dass die Leute glauben das. Die Leute glauben jetzt gerade wirklich, Dienstwagen ist eine Erleichterung und das hat Robin Alexander vom Springer Verlag gesagt, sonst muss ja die Sekretärin wieder Farbenbücher machen, wenn wir das nicht machen mit den Dienstwagen. Und dann habe ich gesagt, wir haben doch aber eben so von viel toller Technik geredet, das ist aber untergegangen. Wenn wir den jetzigen Bestand von Dienstwagen elektrifizieren würden, ein Drittel weniger CO2 und das zeigt, dass Dienstwagen ein massives Problem sind, wo die Leute immer größere Autos kaufen und wenn man sich das dann anguckt, Flächengerechtigkeit wäre wichtig. Der Fußweg in Berlin ist nur so super dargestellt, weil ihr in Berlin diese breiten Alleen ja sind, also weil das einfach von der, das haben andere Städte nicht so. Und wenn man dann guckt, dass doch auch viele Menschen eigentlich Fahrrad fahren und zu Fuß gehen und wie wenig Rolle die spielen, dann ist da irgendwas, irgendwas ist da schief. Und das meine ich halt mit dieser Antriebswende, sie macht mich kaputt, ich werde mich davon lösen, ich mache da auch nichts mehr zu, weil ich will Verkehrswende im Sinne von einer umfassenden Mobilitätswende, weil die Ungerechtigkeit im System treibt mich an. Ich hoffe, dass die Klimakatastrophe den Druck drauf bringt, dass wir es tun. Aktuell ist das noch nicht der Fall, im Gegenteil, ist einfach scheißegal. Aber wenn wir das machen und der Druck hoch genug wird, dann müssen wir es sozial gerecht machen, barrierefrei und auch Leute mitnehmen. Weil wir aktuell, das habe ich ja auch gesagt, wir tun gerade so, oh ja, nackig im Garten Eden des Autoverkehrs, alles ist voll gut. Ach Mann, Klima. Das stimmt einfach nicht, ist einfach eine Lüge. Also ich habe in meinem Buch ja die Frage gestellt, willst du oder musst du Auto fahren? Das haben der CDU-Typ und der FDP-Typ schon nicht verstanden, das ist eine blöde Frage. Aber es ist ein Unterschied, ob du Auto fahren musst, weil dir was fehlt, oder ob du halt so ein Hobby-Typ bist, der gerne Auto fährt. Und da berate ich ja in Österreich Leonore Wessler und da guckt euch mal die Zahlen an. Also das ist bei denen schon lange der Fall. Mehr Investitionen in die Schiene und dann kriegt man halt in Deutschland auch die Bahn, die man verdient, wenn man nicht investiert. Und das ist halt auch, wo ich so merke, Stau-Statistik vom ADAC ist rausgekommen. Die Leute, die mobil gearbeitet haben, werden wieder zurück in die Büros gedrängt. Es gibt, ich glaube, 18 Mal zu Sonne- und Zurückstau. Legt mich jetzt nicht fest. Auf jeden Fall, wo du einfach merkst, wie viel an Lebenszeit, an Arbeitszeit, an Lebensqualität einfach im Auto gesessen wird. Und es wird ja immer schlimmer. Seit dem Neandertal machen wir drei bis vier Wege am Tag. Wir brauchen dafür ungefähr durchschnittlich eine Stunde. Und obwohl es sich mit dem Auto schneller anfühlt, ist es mit dem Auto nicht schneller geworden, weil da auch Rebound-Effekte reinkommen. Wir machen einfach längere Wege. Ja. Und das wird aufgefressen, die Vorteile. Es verkehrt sich sogar mittlerweile ins Negative, dass wir im Auto Zeit verlieren. Haben wir hier noch Fragen bis hierhin? Nee, ich würde die politische Dimension nachher nochmal aufgreifen. Aber lass das mal. Ich dachte, im Chat oder so, weil jetzt kommt hier so ein bisschen was vom Zukunftsinstitut, was ich super spannend finde. Mach mal weiter. Also im Chat war jetzt keine explizite Frage mehr. Was ich total spannend finde, ist es ein No-Brainer. Also das Fahrrad ist das feministische Verkehrsmittel. Alle Türen gehen zu, Katja hat Feminismus erwähnt. Aber es hat mich wirklich mit Begeisterung erfüllt, diese Bilder aus den 20er Jahren von den Suffragetten, die für das Frauenwahlrecht ja auch auf Fahrrädern gekämpft haben. Diese furchtbaren Geschichten, dass Frauen, die mit Fahrrädern gefahren sind, damals mit Steinen beworfen wurden sind und so, weil es einfach unschicklich war. Die Geschichte auch von Frauenkleidung auf dem Fahrrad, wie die sich geholfen haben, dass sie überhaupt Fahrrad fahren konnten mit ihren Reifröcken. Und dann gehst du halt durch die Geschichte und auf einmal ist das Fahrrad weg. In dem Moment, wo die ersten Männer sich Autos leisten konnten, ist das Fahrrad weg. Und das Fahrrad ist halt ein Verkehrsmittel, das kannst du, wenn du ein einfaches Fahrrad kaufst, ja auch selbst reparieren. Das nimmt wenig Platz weg. Es kostet nichts im Vergleich zu einem riesigen Auto. Und das fand ich total interessant, nochmal so in dieser auch stadtgestaltenden Wirkung. Also auch, wie die Plätze früher waren, wie sie jetzt sind. Und dass dieses Fahrrad halt natürlich bewusst weggedrängt wurde. Weil am Anfang sind sogar die Leute, die Autos gebaut haben, mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Und dann gab es irgendwann das Sonntagsauto. Das wurde scheckhaft gepflegt und nur am Sonntag gefahren. Und irgendwann kam es halt zu dieser männlichen Ernährermobilität und das Auto war dominant. Und ich sehe das genau wie das Zukunftsinstitut, aber es ist ja immer besser, wenn ich andere für mich sprechen lasse, dass es ein total einfacher Hebel ist, Dinge zu verändern. Und dann, finde ich, ist immer der Reflex, aber Menschen mit Behinderung. Aber ja, das ist da vielleicht nicht das Mittel der Wahl, aber 30 Millionen Menschen fahren täglich oder mehrmals die Woche Rad. Und dann hat ein Schlaumensch rausgefunden, das sind aber maximal 18 Prozent der Wege. Ja, woran liegt es? An mangelnder Radwegeinfrastruktur. Also da, wo meine Eltern zum Beispiel wohnen im Emsland, hast du super gute touristische Radwege, versuch mal ein Ding an der Ems mit dem Fahrrad zu überleben. Also das geht nicht. Und da einfach das zu schaffen, was ich auf meiner Interrail-Tour gesehen habe mit der Flächengerechtigkeit, gerade mit dem E-Bike und so, hast du einfach so viel mehr Range. 50 Prozent der Wege im ländlichen Raum sind unter fünf Kilometern. Da ist ganz viel Musik drin, da die Wege auch so zu verändern, dass sie anders als mit dem Auto gemacht werden. Dann checken viele Leute leider immer noch nicht autonomes Fahren, bedeutet nicht, dass private Pkw autonom fahren. Pkw, die autonom fahren, sind Teil des ÖPNV. Das will heißen, das wird auch nicht hier in der Lutherrothstraße in Hamburg ein autonomes Fahrzeug fahren, maximal für Menschen mit Behinderung und vielleicht Leuten, die was transportieren wollen. Das wird dann aber auch nur kurz halten und dann weiterfahren, weil du hast hier die U2, die zum Bahnhof fährt, du hast Radwege, also das kommt weg. Das geparkte kommt weg, das abgestellte Blech kommt weg und diese Fahrzeuge sehe ich ganz stark im ländlichen Raum auf als eine Veränderung, weil da ist weniger Verkehr und weniger Rechenstärke nötig, um so ein Ding zu fahren. Und dann hofft das Institut, das wir in den Passos erleben, wird wichtiger als Besitzen kommen, wobei ich immer noch so ein bisschen Zweifel habe, so sehr wie wir Deutschen das Auto lieben, ob wir wirklich das Lenkrad so gerne außer Hand geben, keine Ahnung. Und wenn wir das dann integrieren, kommen wir tatsächlich, das ist eine Studie von Bosch und das ist auch interessant, dass da die Zulieferer schon weiter sind als die eigentlichen Hersteller und was da steht, ist auch klar, es braucht die gestaltungswilligen Verantwortlichen, also die das ernst nehmen. Da sind auch die Ersten jetzt auf dem Weg, aber bei weitem noch nicht so, wie ich das in anderen Ländern erlebt habe, weil alle Angst haben auszusprechen, dass die Privilegien des Autos fallen sollen, wobei Privilegien ja immer etwas sind, was anderen Leuten geraubt wurde. Also mir geht es ja echt um eine Gleichberechtigung, dass jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Wer mit einem Auto unterwegs sein will, soll das machen, aber es sollte möglichst überall Alternativen geben, dass man auch anders unterwegs sein kann und da auch eine Gleichberechtigung zu haben. Und wenn man dann so eine Studie hier aus Lissabon sieht, des drei On-Demand-Shuttles, wenn sie mit einem guten Algorithmus fahren, 100 Pkw's ersetzen, sieht man ja optisch schon, wie viel Raum da frei wird. Es gibt ja auch die Überlegung, ich weiß nicht, ob dir das schon mal begegnet oder du das auch nochmal tiefer, ob da was dran ist, aber es gibt ja zum Beispiel, wenn wir über erneuerbare Energienetze und so weiter reden, die Überlegung, dass solche, sag ich mal, Carsharing-Geschichten bei E-Autos auch für bidirektionales Laden genutzt werden können, also sprich als Zwischenspeicher, das, was uns ja eigentlich fehlt, um sozusagen eine neue Form von intelligentem Stromnetz nochmal auf einer ganz anderen Ebene zu schaffen, also wo ich quasi mir auch ein Auto, in Anführungszeichen, das ist dann eher wie eine fahrbare Batterie, mir hole, um dann wieder irgendwas aufzuladen und so weiter und so fort und das alles sozusagen nahtlos ineinander und da ist ja schon das Stichwort gesagt, Technik, Digitalisierung, wir sprechen die ganze Zeit über KI und denken uns aber die stumpfsinnigsten Use Cases dafür aus, nämlich wie über Marketingtexte von der KI-Schreibung, lässt, aber dass eine KI vielleicht auch mal sowas organisieren könnte im Sharing, Lade und so weiter Bereich, da kommen wir irgendwie nicht so wirklich zur Hande oder vielleicht nur sehr wenig Leute, aber was sagst du denn zu diesem bidirektionalen Laden, wenn du es schon mal gehört hast, weil du hast gerade genickt. Ja Patrick, ich habe davon schon mal gehört. Sehr gut. Wie bewertest du das, Katja? Nein, ich finde das ganz, ganz spannend, gerade, ich weiß nicht, ob ihr so ähnlich wie ich mit Sono Motors gerade mit schiebert, mit ihren Sion, ich bewundere die einfach für ihren Pioniergeist und dass sie so als 20-somethings angefangen haben, einfach Auto anders zu denken, nur ein Auto zu machen, eine Farbe zu machen, eine Ausführung, alles standardisiert, alles in Europa und dass sie sowas zum Beispiel auch mitdenken schon. Einmal mitdenken im Sinne von Community Auto, also ich war beim letzten Event vor anderthalb Jahren, war das hier in Hamburg, da waren tatsächlich Nachbarschaften, die gesagt haben, wir wollen den Sion zusammen nutzen als gemeinsames Zweitauto. Also wir haben den Familienwagen, weil wir halt, keine Ahnung, suburban ländlich wohnen, aber als zweites Auto wollen wir uns ein eigenes Carsharing So, also es kommen schon wieder Leute reingedröppelt. Hättet ihr den Premium-Umpower und hättet ihr nichts verpasst. Ja, dann kommt in die Gruppe. Ja, ja. Hier unser Telegram-Programm. Genau. So, also, ich schaue mal, ich überprüfe nochmal sicherheitshalber auch auf YouTube, ob das wieder funktioniert, wahrscheinlich nicht. Passt. Ja. Das funktioniert. Gut. Wir waren stehen geblieben, glaube ich, beim Thema bidirektionales Laden. Da hast du aber schon was gesagt. Ich hoffe, das hat man noch mitbekommen. Was sagst du denn zum bidirektionalen Laden? Also ich habe mich tatsächlich nicht in Tiefe damit befasst, aber ich habe das, als ich ja die letzten zwei Jahre in einem Energieversorgungsunternehmen gearbeitet habe, ist mir dieses Thema begegnet und das fand ich eigentlich hochinteressant, das mal so zu denken. So wie früher. So wie die gute alte Zeit. Über Skype und so. Das ist auf jeden Fall meine Vision. die Vision verfolgt auch eine tolle Oberbürgermeisterin von Paris, eine tolle Bürgermeisterin von Barcelona, eine tolle Bürgermeisterin in Mailand. Viele Frauen. Einfach die Struktur von Land und Stadt so verändern, dass man wieder vorzuwege hat, alles beisegt hat. Weil die autogerechte Stadt, die wir geschaffen haben nach den Kriegsjahren, die hat ja alles auseinandergeholt. Also da wurde dann Erholen, Arbeit, Wohnen, auseinandergezogen. Und das kennen wir alle, wenn wir zum Beispiel auf der Reeperbahn sind, da ist es morgens um zehn ganz komisch, weil es ein Feierviertel ist eher. Oder in der HafenCity, als sie eröffnet wurde, da war es ungemütlich abends, weil es eher Büro- und Investorenkomplex war. Und da müssen wir wieder hin in gemischte Viertel, in lebendige Viertel, weil es sind automatisch auch sichere Viertel, weil da immer was los ist. Und wir müssen wieder rein in die Begegnung und in die Menschlichkeit und in das menschliche Maß. Das sagt ja Jan Gehl, der ein ganz toller Architekt aus Dänemark ist. Der hat zum Beispiel auch den Times Square wieder zum Times Square gemacht, zum Platz. Da fuhr und als ich noch vor meiner Flugscham mal da war, immer noch Busse, Caps und alles mögliche. Und jetzt sitzen da Leute und trinken Kaffee und das sieht so toll aus. Und da wird garantiert niemand. Hätten wir das mal nicht, genau, die Autos sollen zurückkommen. Ja, wichtiger Punkt, genau, Quartiersentwicklung ist dabei so das Thema, dass man Stadt neu denkt und Orte der Begegnung neu denkt. Und dann merkt man auf einmal, Mobilität fällt an ganz andere Plätze. Und ganz andere Sachen sind wichtig. das ist ja so ein Konzept, wo man dann sagt, okay, brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Und jeder, der in der Stadt ist, wo wirklich ein gutes Mobilitätskonzept da ist, wo das wirklich funktioniert, merkt ja auch, dass er die Karre entweder stehen lässt oder gar keine mehr hat. So kann man natürlich auch in die Stadt grundsätzlich neu denken. Und das Spannende ist, du hast gerade eben von den vielen schlauen und sehr mutigen Bürgermeisterinnen erlebt, weil die haben ja wirklich, die blicken ja in den Sturm hinein. Die haben ja auch sehr viel Ärger, das wir die haben entwickelt. Am Ende wird es sein wahrscheinlich wie beim Rauchen, also beim Rauchverbot. Wo wir am Anfang auch gesagt haben, oh Gott, alles bricht in sich zusammen, die Innenstädte, alles wird sterben. Und am Ende haben alle gesagt, so, warum haben wir das nicht früher gemacht? Und dann haben wir in Berlin dann eben Frau Bullerbü, die dann irgendwie sagt sowas wie, ja, eingreifende, das geht doch nicht. Wo man also anfängt dann, so einen Schwachsinn, so einen Stellvertreterkampf auszufechten, als ob es darum gehen würde. So, das ist halt echt albern. Ja, da habe ich euch auch Bilder mitgebracht von meiner Interrail-Tour. Das ist eine Kreuzung, wo vorher vierspurig Autos gefahren sind. Wow, no. Krass. Und das siehst du halt, das ist so gegen den frühen Abend. Die Leute sitzen ja auch tatsächlich vor den Häusern. Also das ist ja auch was, wo gerade in prekären Vierteln, wo viele Menschen auf kleinen Raum dann vielleicht auch leben und keinen Balkon haben. Und das ist für die einfach Lebensqualität pur. Da wird sich auch darum gekümmert, um die Bepflanzung. Und das sind halt auch dann solche, wo man eine Autospur weggenommen hat. Und da so einen zweispurigen Radweg geschaffen. Und das sind halt alles Dinge, wo du merkst. Das ist so ein Lieblingsbild von mir. Das ist der Citroën Ami, der Freund oder die Freundin. Allein, dass ihr den Größenvergleich mal habt. Das links ist ein Igo von Toyota. Also eigentlich fast ein Kleinwagen. Und das rechte ist halt eine übliche Geschichte. Und das ist Carsharing. Weil wir ja eben schon so ein bisschen thematisiert haben, dass meistens eine Person nur fährt. Das Ding ist voll elektrisch. Das kriegst du sofort geparkt. Es gibt in der Flotte auch andere Autos. Gar keine Frage. Aber das Größte ist halt das hier. Und das ist halt dadurch, dass es voll elektrisch ist, sozusagen lokal emissionsfrei und geteilt. Und mir hat das Auto unglaublich gefallen. Also mich würde eine Person, die mit so einem Ding vorfährt, auf jeden Fall mehr beeindrucken als mit einem SUV. Dann gibt es das hier in Paris. Paris Respire. Also Paris atmet auf. Das sind die Rue Eau-Sécole. Das ist, ich glaube, mittlerweile über 200 Straßen mit 240 Schulen dran. So eine Art Bahnmeile von 500 Metern. Wo keine Autos fahren. Damit die, wie da ja auch gezeigt, mit einem Skateboard, mit einem Roller zu Fuß, dass die Elterntaxis da einfach auch wegfallen. Und das hat auch dafür Sorge getragen, dass mehr Kinder tatsächlich zu Fuß kommen. Weil 500 Meter lohnt sich manchmal schon gar nicht. Weil die dann sagen, okay, dann fahren wir halt auch nicht mit dem Auto das Kind zur Schule. Weil es halt da auch sicher ist, sich aufzuhalten. Und ja, das sind halt alles so Sachen, das habe ich hier so ein bisschen zusammengefasst. Ach Quatsch. Und das ist halt etwas, wo ich immer wieder merke, na wie soll ich das sagen, dass es auch nicht böswillig ist, bestimmte Gruppen zu vergessen. Aber das ist halt die Diversität braucht, wenn Mobilität gebaut wird. Und das Interessante ist ja, durch diesen ganzen Carework-Anteil, also wie soll ich sagen, das ist ja durch Corona nochmal wieder, haben wir ja Rückschritte gemacht. Homeschooling war da mal Thema, da haben Frauen Arbeitszeit verkürzt, um Carework zu machen. Und es ist halt auch nachgewiesen, dass Frauen halt die größere Gruppe sind, die im ÖPNV sitzt. Aber tatsächlich auch die kleinere Gruppe, die diese Dinge gestaltet. Und das ist in der deutschen Statistik ist das so, dass wir, ich glaube, wir haben jetzt etwas immer noch unter 10% Frauen in Führung. Und ich glaube, etwas unter 25% Frauen, die in den Sektoren Fahrrad, Bus, Bahn, Auto arbeiten. Und da brauchen wir halt eine Veränderung. Das ist halt, seht ihr hier auch nochmal auf die einzelnen Dinge so abgegolten. Weil der Air Transport ist deswegen der Stewardessen, dass es da besser ist. Und das ist natürlich was, wo einfach ein Gap existiert. Weil wie soll eine Diversität für Mobilität entstehen, wenn eine Diversität in der Gruppe der Menschen, die diese gestaltet, noch nicht mal gegeben ist. Und das Problem ist, das ist jetzt Vera Huwe, die hat einen Doktor gerade gemacht, auch mit dieser Forschung in der Richtung. Und ich fand es total interessant, mit ihr da auch drüber zu sprechen, weil sie auch bis heute ja nachweisen kann. Ich war mir nämlich nicht so sicher bei der Forschungsliteratur, weil es waren ein bisschen ältere Sachen. Aber sie forscht halt immer noch dran und sie sagt, es ist immer noch so, dass weibliche Mobilität eher unsichtbar ist, weil sie nicht bezahlt wird. Und es fängt langsam erst an, dass in die Statistiken zur Mobilität, das könnt ihr auch sehen, wenn ihr Mobilität in Deutschland, da stand ganz lange Erledigungen und so ein Kram. Was ist Erledigung? Kann alles sein, ne? Und da halt ein bisschen aufzudröseln, sind es Begleitwege mit Kindern? Sind es Wege zu einer pflegenden Person? Das wäre halt super wichtig, weil diese ganze, und das merke ich an meinem eigenen Schicksal, weil ich ja auch meine Mama unterstütze bei der Pflege von Papa. Das sind halt unsichtbare Wege, weil das mache ich ja, weil ich die Tochter bin und weil ich mithelfen will, aber nicht, weil ich dafür Geld bekomme. Und dementsprechend wird mir dann aber auch für diese Wege oder auch für die Wege meiner Mutter wird keine Mobilität bereitgestellt, weil sie einfach nicht existiert, weil sie in den Statistiken nicht nachlesbar ist. Und das ist halt was, wo wirklich die Wege von Männern und Frauen sich total unterscheiden. Und ich denke fast nochmal, also man sagt so, bei Frauen sind das eher, es ist auch im nächsten, es ist eher so Trip-Training, also so Wegeketten. Während der Mann tatsächlich immer noch relativ klassisch oft zur Arbeit hin und her und ganz klar auch mehr in dieser Bezahlarbeit, Lohnarbeit. Und da kann ich halt so ein Thema, da kommen wir ja auch wieder zu dem großen Problem, was ich habe. Ich kann das Thema Mobilitätswende nicht adressieren, ohne unsere gesellschaftlichen Probleme zu adressieren, die im Patriarchat und Kapitalismus existieren. Und das ist halt was, dann fühlen sich die Männer wieder angegriffen, die ab und zu auch mal auf Kinder aufpassen. Und dann gibt es natürlich auch, weißer alter Mann ist für mich ein Mindset. Also ich sage immer, das kann auch eine junge Frau sein. Absolut. Aber ich muss es ja irgendwie benennen. Also es ist total schwierig, dass da von mir immer verlangt wird, so eine komplett inklusive, also dass alle sich umarmt fühlen. Und ich glaube, da brauchst du halt so Stimmen, wie die meine, die auch mal einfach sagen, wir müssen das fossile Patriarchat zum Einsturz bringen. Weil dann erst auch Mobilität sich verändern kann. Und das ist halt auch ganz viel, da wurde ich auch dann wieder, also ich habe immer so einen bunten Regenbogen an Bashing. Letztens habe ich gesagt, ich fahre trotzdem Fahrrad. Obwohl es sich nicht immer sicher anfühlt. Und dann kam Katja, du bringst die Leute so vom Fahrrad weg. Und das darfst du nicht sagen, Fahrradfahren ist nicht gefährlich, wo ich sage, aber es ist mein Gefühl. Und das hast du gefährlich ernst zu nehmen. Wenn ich keine eigenen Radwegesysteme habe, ist es nicht sicher für mich. Da bin ich am Ende des Tages dafür zuständig, dass ich überlebt habe. Die Infrastruktur löst es nicht. Das sehen wir auch an den steigenden Verkehrstoten bei Radfahrenden. Und da steht hier ja auch nochmal, dass Frauen einfach nicht Rad fahren, wenn da keine gute Infrastruktur ist. Das ist ja hier gerade die Umwälzung. Also wir wollen in ein neues System, wo wir noch nicht sind und sind noch im alten Punkt. Und genau in dieser Veränderung ist es, dass wir einerseits mehr Radfahren wollen und sollten und so weiter, aber die Gegebenheiten noch nicht da sind. Insofern ist dein Hinweis ja natürlich vollkommen richtig und hilft eigentlich auch, das Ganze zu adressieren, dass es sich verbessert. Und Leute, die an der Stelle sagen so, ach Mensch, jetzt denke ich aber, dass es irgendwie der Sache der Veränderung nicht hilft, übersehen dabei, dass Veränderung eben aus ganz verschiedenen Sachen besteht. Und da gehört eben auch dieser Meinungsanteil dazu. So, das ist halt irgendwie ein bisschen doof. Genauso wie halt eben diese ganzen, wir sind es halt nicht wirklich gut gewohnt, in der breiten Masse über diese gesellschaftlichen Phänomene nachzudenken und stellen halt immer vom Individuum ab, fühlen uns angesprochen, beleidigt und sprechen dann darüber, obwohl du Systeme adressierst und die Leute von der individuellen Ebene darauf antworten. Und das sind halt zwei verschiedene Debatten, die eigentlich nur an den Anschlussstellen miteinander zu tun haben. Ja, und vor allen Dingen ist es was, das finde ich halt mit eines der stärksten Zitate. Kai sitzt seit 20 Jahren im Rollstuhl und vergisst das manchmal sogar, weil es einfach zu ihm gehört. Und der hat halt gesagt, wir müssen von Anfang an für alle denken. Und wenn wir das nicht machen, dann wird auch nie was inklusiv sein. Und er meinte auch, schön, dass ihr Gesunden denkt, dass ihr nie auf Barrierefreiheit angewiesen sein werdet. Ja. Dem wird nicht so sein. Und da einfach aus dem gesunden Egoismus heraus, nicht ein System. Also ich finde immer wieder, für Minderheiten Dinge zu tun, schadet meist nie der Mehrheit. Also wenn du bestimmte Bedürfnisse einfach mit berücksichtigst, die der Minderheit, also die Barrierefreiheit dient genauso einer hochschwangeren Frau wie einem älteren Senior. Oder eine Katja, die mit Faltrad in einen Zug reinkommen will und aber auch einen Rucksack dabei hat und fast wieder zurückfällt auf den Bahnsteig, weil es halt drei Stufen nach oben geht. Ich bin da wie so eine Robbe reingerobbt in so einen bayerischen Zug. Und das sind dann halt auch so Sachen, wo ich nicht verstehe, wie man sowas baut. Warum? Genau wie du es da geschrieben hast. Man hat da eben nicht dran gedacht. Ja, und diese ganze Thematik hat für mich ja wirklich mit urdemokratischen Werten zu tun. Also jeder, der sich Demokrat, Demokratin nennt und sozusagen das außer Acht lässt, und da gibt es ja mehr als genug davon, die haben die Demokratie nicht verstanden. Also wirklich im Sinne des Wertesystems, was ja mal formuliert wurde mit Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit und die Betonung auf Geschwisterlichkeit die das einrahmt. Also nicht nur Freiheit, nicht nur Gleichheit, sondern diese Kombi daraus. Das ist das Entscheidende. Und wir leben aber gerade in einem System, was vom Menschenbild her elitär geprägt ist. Nämlich, wenn an mich gedacht ist, ist an alle gedacht. Also eine völlige Zersplitterung des Gesellschaftsgedanken. Höhepunkt hatte das ja mit Maggie Thatcher damals, die ja gesagt hat, there is no such thing as society, sondern es gibt nur Individuen. Und das ist ja, das Resultat ist ja genau das, was wir nicht wollen. Nämlich eine Zersplitterung. Jeder denkt nur an sich. Aber wehe, es geht einem plötzlich von heute auf morgen schlecht. Dann soll aber der Staat plötzlich für mich sorgen. Anstatt, wie du sagst, Katja, von vornherein mal nachzudenken, wie können wir eigentlich ein System bauen, wo von vornherein dann alle gedacht ist. Und wunderbar, wenn mir nichts passiert. Gott bewahre. Aber wenn für alle anderen gesorgt ist, ist doch wunderbar. Und ich habe noch zusätzlich ein Sicherungsnetzwerk, wenn es mir mal schlecht gehen sollte. Und das ist urdemokratisch. Und jeder, der irgendwie behauptet, weiß ich nicht. Marginalisierung ist super. Das wird natürlich niemand so sagen. Aber das ist für mich antidemokratisch tatsächlich. Ja, das ist halt genau das. Das ist auch so eine Visualisierung, wo links die weißen alten Männer stehen. Als Sinnbild und rechts halt so eine super, wie ich finde, bereichernde Gesellschaft, wo Menschen einfach sein dürfen. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als sich outen zu müssen mit einem bestimmten Mobilitätsbedürfnis. Also eigentlich sollte das Angebot von Mobilität so gestrickt sein, dass wirklich viel abgedeckt ist, ohne dass man sagen muss, ich habe das und das, könnt ihr mir helfen. Und das ist natürlich etwas, wo wir nie zu 100 Prozent das machen können. Aber momentan, keine Ahnung, sind wir noch nicht mal bei 50 Prozent, würde ich überhaupt nicht. Und natürlich haben wir die Menschen, die nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft entsprechen und denen ich die Interviews aber auch so mal Gespräche führe, die gesagt haben, ich gehe ins Auto gegen meinen Willen, weil ich will meine Ruhe. Vor Rassismus, vor Sexismus, vor Behindertenfeindlichkeit. Ich will aber nicht Auto fahren. Und die fahren aber Auto. Und die eine hat gesagt, ich fahre super gerne Bahn, weil da ist immer freundliches Personal. Da kann ich zur Not hin, wenn irgendwas sein sollte. Und im Bus mache ich das aber nicht, weil ich da keine Hilfe kriege. Und das ist halt der Hinweis auch, dass dieses autonome Fahren nicht personallos gedacht werden sollte. Es ist auch für mich ein Unding, die ganze Zukunft akademisiert zu denken. Wir brauchen einfach in Anführungsstrichen einfache Jobs. Und das kann halt eine Fahrzeugbegleitung sein. Weil für mich ist es Wertschätzung, das Sicherheitsbedürfnis von Menschen ernst zu nehmen, die sagen, ich fahre so lange nicht mit, wie ich mich einfach sicher fühlen darf. Und das fand ich halt ein ganz schönes Ding, weil das hat mir auch nochmal als Formulierung so geholfen, sich unsichtbar bewegen zu können. Also das ist wirklich einfach, du rausgehst, durch die Welt gehst und nichts passiert. Es sei denn, du verhältst dich komisch. Das kann nur der weiße, gesunde, heterosexuelle Mann. Schon bei Frauen wird es schwierig. Ihnen wird ein Lerge pfiffen. Keine Ahnung. Aber mit jeder Marginalisierung, die dazukommt, nehmen die Mikroaggressionen zu. Und da haben natürlich rassifizierte Menschen ganz andere Erfahrungen als ich als weiße Frau. Und ich fühle mich ja schon nicht immer sicher, obwohl ich auch sehr selbstbewusst, sage ich mal, mich bewege. Und das einfach sich nochmal vor Augen zu halten, welche Privilegien auch wir drei haben und dass wir diese Privilegien gefälligst nutzen müssen, damit es für andere besser wird, die marginalisiert werden. Definitiv. Und das ist ja schon, also das merke ich als Privilegierter schon, im Kleinen, alleine dadurch, ob ich Kopfhörer aufhabe oder nicht. So, das ist schon ein kleiner Schutz, sozusagen im öffentlichen Raum, wenn ich mit Straßenbahn etc. fahre, fühle ich mich alleine schon irgendwie in meinem Konkon anders, wie wenn ich laute Geräusche, wabwabw. Und von daher nochmal vielen Dank dafür. das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level, was sozusagen Belästigung etc. angeht und war mir so tatsächlich gar nicht so bewusst in der Dichte. Frauen unter 13 Jahre haben, glaube ich, schon zu 75% Belästigung im öffentlichen Raum erlebt. Das nimmt natürlich auch wieder mit jeder Marginalisierung, die dazu kommt, zu. Und es gibt Studien, dass sich danach die Mobilität verändert. Diese Plätze werden vermieden. Und deswegen gibt es auch Frauen, die nichts mehr herbeisehen, als den Führerschein und ein Auto. Aber das kann nicht sein. Weil immer auch Leute sich keinen Führerschein leisten können, weil auch immer Leute vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht Auto fahren dürfen oder kein Geld dafür haben. Ich glaube, ein Führerschein kostet mittlerweile bis zu 3000 Euro. Das kann sich nicht jede Familie leisten. Und das ist halt was, wo mich auch meine Ladies nerven, die dann sagen, ja, aber dann ist das Auto doch eine Lösung. Nein. Wenn du als Frau sagst, okay, ich gehe in dieses Auto, weil es mir sicherer ist, dann ist es eine Entscheidung, die du machen kannst, weil du dieses Privileg hast, Auto fahren zu können, einen Führerschein zu haben, ein Auto nicht leisten zu können. Andere haben das nicht. 13 Millionen erwachsen, ohne Führerschein und so weiter. Und das ist halt was, wo ich mich richtig ärgere manchmal, was du nämlich vorhin gesagt hast, Hauptsache, mir geht es gut. Dann sollen sie doch Auto fahren. Das finde ich so ein ganz krasser Hinterkopfgedanke, den es gibt in Deutschland. Und wenn Leute sagen, ich habe aber keinen Führerschein, das ist so ähnlich, wie ich trinke aber keinen Alkohol. Hä? Warum? Das sollte in Ordnung sein, zu sagen, ich möchte nicht Auto fahren. Ja. Ist es aber nicht. Und deswegen sagt sie ja auch, dass das geht nicht ohne die Adressierung der aktuellen gesellschaftlichen Machtstrukturen. Weil es darf nicht ein Privileg sein, ohne Auto unterwegs sein zu können. Ja. Das ist etwas, was, wenn das nicht gewährleistet ist, da können wir noch die tollsten digitalen Produkte uns ausdenken. Da werden genau die Leute, die ich jetzt vorgestellt habe, im Auto sitzen bleiben oder halt nicht mehr mobil sein, wenn es keine Autos mehr geben sollte oder so. Ja, und das Erschütternde für mich ist an der Stelle, für alles andere, was wir jetzt gerade besprochen haben, gibt es eigentlich technologische Lösungen. Aber für das Problem, was du gerade als essentiell benannt hast, gibt es keine technologische, sondern nur eine kulturelle, soziale Praxis, die über lange Erziehungs- und Bildungsprozesse funktioniert. Natürlich über, ich sage mal, Dinge wie, dass wir natürlich das viel mehr ächten müssen, Gewalt etc. pp, dass mehr Sicherheit gewährleistet sein muss und so weiter, keine Frage. Das sind dann eher, sage ich mal, schon die technischeren Sachen. Aber alles andere ist halt ein zärtiges Brett. und umso wichtiger, aber auch diese Dinge immer wieder anzusprechen letztlich. Und ich sage dann auch immer, also es gibt ja den Moralphilosophen John Rawls, der diesen Schleier des Nichtwissens hatte, genau, also zu sagen, stell dir einfach vor, du kannst alles, die Welt so gestalten, wie du willst, aber du weißt nicht, wo du am Ende geboren wirst und in welcher Situation du geboren wirst. Wirst du als Mensch in einer marginalisierten Gruppe geboren, dann überleg dir gut, wie du sozusagen die Welt dieses Menschen gestalten willst, weil du könntest dieser Mensch sein. Also wenn du rein nur von dieser egoistischen denke, die ich ja gerade schon beschrieben habe, wenn du daraus ausgehend dir alleine das so überlegst, dann hilft dieses Gedankenexperiment auch schon mal ein Stück weiter. Das ist das Ende von meinem Vortrag zumindest. Also das ist halt nochmal der Hinweis, dass Menschen Autofahren müssen und nicht wollen und da können sich noch so viele drüber kaputt machen, das ist einfach so. Das Interessante ist, dass diese Menschen das teilweise selber gar nicht so sehen. Also in den Interviews habe ich tatsächlich selber auch gemerkt, dass erst durch meine Fragen überhaupt darüber nachgedacht wurde, ja stimmt, ist das denn ein Muss oder ein Soll oder ein Wollen und bevor sie klimafreundlich unterwegs sein können, was sie vielleicht sogar wollen, brauchen sie Alternativen, Barriere, Freiheit, Sicherheit, Bezahlbarkeit und unterschiedlichen Ausprägungen der Wichtigkeit und das war nochmal so das Fazit, was ich da mitbringen wollte. Jetzt mache ich hier Schluss. Vielen Dank. Genau, jetzt muss Jens starten, damit unsere Bühne wieder funktioniert. Ja, kann ich sehr gerne machen. Und ich frage nochmal in den Chat rein, ob ihr noch Nachfragen habt, noch was wissen wollt und so weiter. Ich hätte auch noch was. Ja. Aber gleich, wir machen es mal in den Chat. Genau. Genau, das war jetzt erstmal die Botschaft in den Chat. Der Chat war zwischenzeitlich ein bisschen ruhig oder hat sich untereinander noch diskutiert. Was ich von dir, Katja, wissen möchte nochmal, das ist jetzt sehr, sage ich mal, spezifisch, aber es würde mich dann doch interessieren, weil wir das Thema, glaube ich, vor kurzem auch mal sehr aufgeregt und aufgewühlt diskutiert haben, nämlich das 9-Euro-Ticket und das, was jetzt sozusagen daraus gemacht wurde. Was hielst du denn damals von dieser Idee und den jetzigen Verlauf dessen? Also, erst mal fangen wir mit dem Positiven an. Noch vor fünf Jahren hätte ich nie gedacht, dass wir es so schnell schaffen, eine Flatwelt in Deutschland zu etablieren und dieser ganze Verkehrsverbund, teilweise ja sogar innerhalb von Landkreisen, völliger Wirrwahn. die Idee, da kann mir auch jeder nochmal erzählen, wie er will, die Idee kam halt als Konterpart zum Spritpreisrabatt, der ja einfach verpufft ist, wo wir alle mittlerweile wissen, das ist bei den Raffinerien wahrscheinlich gelandet und bei dem, nicht bei den wirklichen EndverbraucherInnen und deswegen fand ich das gut, das ist erstmalig, da hat man gemerkt, da gibt es auch ein grünes Licht an der Ampel, was halt darauf beharrt, nicht nur für die Menschen mit Autos was zu tun. Und dann war es aber unfassbar wichtig, mit der Verkündigung des 9-Euro-Tickets sofort zu sagen, das wird aber nur drei Monate laufen. Danach hört das auf. Wir machen das nur drei Monate und dann ist Schluss. Dann war es unglaublich wichtig, 38.000 Studien zu machen über die Effekte vom 9-Euro-Ticket. Es gibt, glaube ich, keine über den Tankrabatt. Das wüsste ich zumindest. Also das ist wieder mal für mich so das Zeichen gewesen, alles, was wir verändern wollen, wird sowas von hinterfragt. Während wir 141 mehr Euro jedes Jahr ins Auto buttern mit externalisierten Kosten. Und dann sind die Leute ja wirklich auch gefahren. Also meine erste Fahrt mit dem 9-Euro-Ticket war wirklich mit Sülz-Punk. Das war mega lustig. Es waren jüngere Punks. denen war es zu kalt. Die kamen zurück von Sylt und meinten, nee, zu kalt. Und dann hatten sie sich auch über Amazon Bier bestellt. Also ich habe nochmal neue Facetten von Punk sein auch schon gelernt. Aber die haben wirklich, ich glaube, die sind irgendwo in den Süden zurückgefahren und mussten 18 Mal umsteigen oder so. Also die haben wirklich so ein Happening und so ein Event gemacht. Und das war auch so ein witziger, zusammengestückelter Regionalexpress, weil du gemerkt hast, die haben da einfach das uralte Wagenmaterial nochmal irgendwo rausgeholt. Was hat mich gestört an dem 9-Euro-Ticket? Das wurde halt wirklich nicht mit der Branche geredet. Also die haben das ja aus der Presse erfahren. Das finde ich nicht so nahmlich wert, Schatz. Was mich jetzt stört, war der lange Übergang. Also man hätte, finde ich, einfach sagen können, für Menschen, die Hartz-IV bekommen oder das Büchergeld für Auszubildende, also die üblichen Gruppen, sage ich jetzt mal, lassen wir das weiterlaufen, bis wir die neue Lösung haben, weil es ist wirklich so gewesen, dass Leute erstmalig ja überhaupt mobilisiert worden sind. Es gab Studien, dass sogar CO2 ja eingespart wurde und was ich total lächerlich fand, war zu sagen, ja, das hat aber kein Verhalten verändert. Warum sollte jemand, der weiß, es geht nur drei Monate, warum sollte so jemand sein Mobilitätsverhalten ändern? Da schafft keiner ein Auto ab oder so. Was mich am 49-Euro-Ticket begeistert ist, dass endlich mal Leute, die schon gut unterwegs sind, belohnt werden, weil hier in Hamburg und auch in anderen Städten ist es echt einen Schritt nach vorne, viel, viel billiger als das normale Monatsticket oder so. Finde aber nicht gut, dass so Dinge zurück, wie soll ich sagen, zurück dirigiert werden auf Bundesländerebene, Sozialtickets, Azubi-Tickets und so weiter. Der Bürgergeldsatz ist gleich bei 40,70 Euro für Mobilität im Monat. Wie kann es sein, dass wir da nicht auf Bundesebene sagen, genau für diese Leute haben wir auch schon ein Produkt. Ich habe Bedenken, dass es heterogen wird und eigentlich brauchst du ja eine Deutschland Platte. Und ich weiß auch von Verkehrsunternehmen, dass denen das Geld dann fehlen wird und dass sie sagen, es kann sein, dass der erste, der letzte Bus gespart werden muss auf manchen Linien. That's the reason for it. Deswegen ist es mal wieder ein Pflaster und keine Operation. Und ich glaube, das ist so, das ist ein total wichtiger Punkt dabei zu sehen, dieses, dass das natürlich enorm gesellschaftlich helfen würde, wenn man denn vorhätte, das zu tun, damit das gesellschaftlich helfen würde. Wenn wir wegkommen von dieser ganzen Diskussion über Einzelmenschen, Einzelmeinung und irgendwie was individual ist und so weiter, sondern eben auf der Systemebene, wo wir uns ja sowieso da lieber bewegen sollten, halt irgendwie gucken, dann sehen wir ja eine ganze Menge Sachen, wie zum Beispiel Füllen kein Tempolimit ein, damit halt eben Unternehmen, die halt eben hier Autos herstellen, die sehr schnell fahren können und so weiter dann irgendwie das auch noch ausfahren können und so. Wir haben das Dienstwagenprivileg, weil da eben knapp 60 Prozent aller Mittel- und Oberklassewagen in Deutschland über verkauft werden, ansonsten hätten die keinen Markt. Das ist also auch eine erhebliche Subvention. Wir reden über E-Fuels, obwohl wir genau wissen, das ist eine Geisterdebatte, um dafür zu sorgen, dass dann doch irgendwie der Verbrennarbeiter lebt. Wir schaffen eine SDVZO und auch eben andere Regulative, womit wir das irgendwie schaffen, dass halt eben bestimmte Sachen im Verkehr dann auf Länderebene oder Kommunebene oder doch auf Bundesebene sind, um da in diesem ganzen Verantwortungsgewirre dafür zu sorgen, dass wenn ich jetzt eine Stadt habe, ich bin jetzt meinetwegen auch so ein progressiver Bürgermeister und möchte was anderes machen, viele Sachen einfach gar nicht machen darf, weil die Rechtslage dafür gar nicht da ist oder eben ich baue Straßen wie ein Gestörter, weil ich damit auch wieder Fahrtabhängigkeiten schaffe. Und all diese Sachen, die sind ja irgendwie mal aus Gründen aus der Historie heraus entstanden und heute helfen sie dabei, das System zu stützen. Das ist alles eine Binse, wenn ich jetzt aber wirklich was ändern wollte, dann müsste ich da genau ran und es hat schon einen Grund, warum dann irgendwie dieses Klimapaket, was dann ja das Verkehrsministerium im Sommer oder im Frühjahr eingereicht hat, eben drei Seiten hatte und vom Expertenrat dann gar nicht erst angesehen wurde, weil die dann genau gewusst haben, okay, die versuchen es nicht mal. Und deswegen davon ja zu erwarten, dass, und damit greife ich das auf, was Patrick am Anfang gesagt hat, dass aus dem Ministerium ein konstruktiver Vorschlag kommt, der im Sinne der deutschen Klimaschutzgesetzgebung und auch im Sinne der deutschen Bevölkerung ist, ist naiv. Man merkt das ja, wenn du mit den Leuten redest, Katja, wenn man deine Interviews sieht und auf der anderen Seite sitzen da Leute von der FDP und wir wissen, die sind weder doof noch böse noch irgendwie verrückt, dann haben die ja dieselben Informationen wie wir alle und kommen zu anderen Schlussfolgerungen. Jetzt kann man drüber nachdenken, okay, die denken einfach anders, aber man kann ja an den Parteilinien absehen, dass CDU und FDP im Prinzip dieselben Talking Points haben, also quasi zu den selben Schlussfolgerungen kommen, die am Ende witzigerweise Veränderungen verhindern und der alten Situation und der alten Ordnung Vorschub leisten. Auch das ist eine Binse, aber wir müssen dann irgendwie wegkommen zu sagen, dass wir die dann als Gesprächspartner, wir müssen uns ja zu denen verhalten, aber dass wir dann auch das so einfach stehen lassen, wir müssen das eben klar sagen, das sind Günstlinge des Status Quo, die argumentieren nicht für eine Sache, die argumentieren auch nicht auf Basis von Wissenschaft, sondern die argumentieren für Industrieinteressen und genau so müsste man sie quasi, genauso wie du Querdenkerbereich als solchen Freunde hast, hast du eben hier Mobilitätsquerdenker, also so Dinosauriervertreter, Querlenker sage ich zu denen. Oh geil, siehst du, guck mal, Hashtag Querlenker hier. Schon hast du damit halt irgendwie Leute, die versuchen dann mit diesem ganzen Derailing und so weiter den Status gut zu halten und das müssen wir einfach, also jetzt kein, du bist jetzt nicht Adressat von dem, was ich sage, ich sage das für uns alle, wenn wir uns mit denen verhalten, müssen wir ganz klar machen, wir haben auf der anderen Seite jemanden, der ist an einer Lösung nicht interessiert. Der hat da kein Interesse, der hat Interesse daran, und genau so muss man es sehen und diese ganze Mobilitätssache ist zu einem gewissen Teil eine individuelle, aber es darf eben keine Lifestyle-Entscheidung sein, sondern wir brauchen große politische neue Konzepte, die natürlich einen kommunalen Bezug haben und so weiter, aber diese Rahmenbedingungen, die muss die Politik schaffen und deswegen ist es wichtig, dass wir die enttarnen, die dagegen sind. So, und wenn wir wissen, wir wollen 2045 klimaneutral sein, so, dann müssen die langsam in die Puschen kommen. Ja, das ist ja auch immer eine Erwartung, also mir haben auch Leute geschrieben, ja, die hast du jetzt aber nicht überzeugt. Ja, das ist gar nicht der Punkt, oder? Nee, und vor allen Dingen anderer Hot Take, ja, aber die haben jetzt ihre Sachen aber besser untergebracht. Ich so, ich kann nicht Fake News, also wie soll ich denn Fake News zur Klimakatastrophe oder zum Mobilitätswandel, also so seltsame Dinge, die von mir dann auch erwartet werden. Genau was du sagst, für mich war es einfach nur bei dieser Anne Will Sendung einfach nur nochmal die Bestätigung, die Finale vielleicht auch dann auf der Ebene muss ich nicht sprechen. Ich muss die Leute, also deswegen finde ich auch gar nicht mehr diesen Bubble Begriff so schlimm, weil ich habe auf meiner Lesereise gemerkt, wie wichtig es war, dass ich bei den Leuten vor Ort war, die was verändern wollen, die sind erschöpft, die sind am Limit, die sagen, ich werfe den Rotz hier hin und dann kommt aber eine Katja mit diesem Buch vorbei und sagt, nein, wir müssen das zusammen, komm, wir schaffen das, deswegen dieser Bubble Gedanke ist super wichtig im Sinne von Empowerment. Und dann habe ich jetzt so für mich diese Leute, die jetzt erst verstehen, wie krass das alles ist und die so ein bisschen wackeln, die aufzunehmen, die Hand zu reichen, komm, komm hierher, du bist die Gute und nicht zu sagen, wie, du verstehst das jetzt erst, wie krass es ist, das wäre schon seit Jahren und dann zu sagen, ja, du, das ist auch gar nicht schwierig, das nicht zu verstehen, weil du hast super viele Möglichkeiten in der Vergangenheit gehabt, dass du dich nicht damit beschäftigen musstest, weil da immer jemand war, der gesagt hat, so schlimm wird es schon nicht werden. Und deswegen ist das, glaube ich, das ist wirklich so eine Sache der kleinen Schritte, aber ich glaube weiterhin daran, dass wir mehr sind. Ja. Aber wir müssen halt eine Stimme finden, wir müssen übergreifende Bündnisse, am besten Klinik, Pflegepersonal, Kindergärten, also all die, die vernachlässigt werden gerade, die einfach keine Rolle spielen, weil sie eben nicht Schlüsselindustrie bezeichnet werden, da halt neue Banden zu bilden und einfach laut zu werden. Das ist richtig. Ich glaube, wir teilen da grundsätzlich sehr viele Interessen. Also erstmal A, weil in der nicht behandelten Zwei-Grad- und Klimawandel-Katastrophenwelt und so weiter wir alle auch die Verlierer sind, sondern auch, weil im Prinzip alles, was in dieser Neugestaltung des Changes, der notwendig ist, da natürlich auch viel Möglichkeit gibt, was zum Besseren zu verändern. Also ich glaube, wir teilen ganz viele Interessen, die einfach nur an der Stelle, anstatt jetzt irgendwie die zehnte neue Initiative zu gründen, einfach nur an der richtigen Stelle zusammenarbeiten müssten und irgendwie vielleicht auch die ähnlichen Worte benutzen und so weiter, dann käme man anders hin. Das kannst du ja auch umgekehrt machen, die ist ja genauso, nicht? Also das kannst du ja genau ablesen, wenn jetzt irgendeiner von den Leuten da irgendwie E-Fuels irgendwie als Thema verstolpert, dass als nächstes dann irgendwie so ein Schreiberling irgendwie von Springer und dann irgendeiner oder ein Hinterbänkler von der CDU das dann auch irgendwie trötet und so weiter. Rein zufällig natürlich. Rein zufällig. So, und die Frage ist halt immer so, wenn wir das auch schaffen, dann könnte man vielleicht damit in der Mitte vielleicht schon gut. Genau, also ich finde auch den Punkt ganz entscheidend zu sagen, also mit Leuten, die, und das merkt man sofort, die überhaupt gar kein, keine Veranlassung sehen oder überhaupt sich nicht auf ein Gespräch einlassen wollen, weil sie ihren Punkt auf Teufel komm raus sozusagen setzen wollen und nicht zuhören wollen, das bringt nichts, mit diesen Leuten sozusagen zu sprechen. Dann bist du eben in dieser Arena, wo du ja warst am Sonntag, dann kannst du deine Sachen sagen, die sagen ihre Sachen, aber man muss sich, glaube ich, davon verabschieden, dass man in diesem Kontext diese Leute überzeugen kann. Das ist ja gar nicht so ausgerichtet, sondern, und das finde ich auch gut, dass du es dann angesprochen hast, zu sagen, das passiert vor allen Dingen in dieser persönlichen Begegnung, also auch außerhalb dieser schrillen Öffentlichkeit, glaube ich, weil auch das erleben wir ja in den sozialen Netzwerken. Es ist ja alles diese schrillende Öffentlichkeit, wo eine ähnliche Kampfarena eigentlich ist, wie bei Anne Will, nur nochmal viel mikromäßiger. Und ich glaube, man muss wirklich, und das hat auch die Politik vernachlässigt die letzten Jahrzehnte, die haben sich ja komplett aus Ortsteilen und so weiter zurückgezogen, weil sie auch gar kein Wählerpotenzial da mehr gesehen haben, sind überhaupt nicht mehr präsent als Politiker, wissen gar nicht mehr, was da abgeht und so weiter. Wirklich auch das als Anlass zu nehmen und wieder in den öffentlichen Raum zurückzukommen und dort mit Leuten zu sprechen, da, wo sie leben, um ihnen, ja, anschaulich zu erklären, wie es anders sein könnte vor Ort. Und auch dann zuzuhören, zu sagen, okay, was haben wir denn vor Ort vielleicht andere Herausforderungen jetzt als in einer Großstadt oder in einer ganz anderen Stadt und so weiter. Ich glaube, das gilt es zu tun, aber das kann man natürlich auch nicht alleine machen. Deswegen, Bildet Banden war schon das richtige Ding. Das muss wirklich eine breite, breite Initiative werden, sozusagen. Ja, das geht nicht mehr, die Schnauze zu halten. Also, um mal ganz klar das zu adressieren, ich hatte eigentlich gedacht, 2022 investiere ich einfach mal, arbeite 80 bis 90 Stunden die Woche und danach gibt es ein paar mehr Katjas, egal welchen Geschlechts. Aber ich stehe da immer noch und Journalistinnen sagen mir, auch von Ihnen kommt man auch echt nicht vorbei. Ja, sprecht aus, dass ihr unzufrieden seid. Sagt, dass ihr im ländlichen Raum endlich verdammt noch mal Radwege haben wollt und gute Bussysteme oder was auch immer. Aber ertragt nicht mehr so, wie soll ich sagen, so Schicksalsergeben, dass euch Leute abhängig gemacht haben vom Auto. Ja, das passt. Das haben wir auch regelmäßig in den verschiedenen Themen, die wir so ablaufen und versuchen auch immer so ein bisschen an die Hand zu geben, was man da machen kann. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Genau das ist es. Also, erst mal, dass es einem nicht egal ist und das dann irgendwie auch sich zu begreifen, ich bin politischer Akteur. Ich setze nicht alle vier Jahre einfach eine Stimme ab und hoffe drauf, dass vielleicht irgendwas passiert. Wird dann enttäuscht. Sondern ich muss halt eben selber auch eben sowas tun. So, ich habe jetzt ganz viele Fragen im Chat. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie euer Level noch ist. Ich fange mal an. Frage von der Jochen. Das Thema bidirektionales Laden, Vehicle to Grid, ist wegen den Stream-Abbrüchen etwas untergegangen. Ich halte das für den falschen beziehungsweise einen undemokratischen Ansatz, da wir die Versorgungssicherheit von der Freiwilligkeit der V2G-fähigen Auto-Eigentümer abhängig machen würden. Was sind eure Gedanken dazu? Darf ich direkt? Also ich würde auch jetzt nicht irgendwie sagen oder ich glaube auch nicht, dass einer von uns das gesagt hat, dass das jetzt halt irgendwie der Teil ist von Mikrospeicherung oder so, sondern dass es eben eine weitere Option in einem Netz aus verschiedenen Speicherdingen ist. Und deswegen wäre das, würden wir glaube ich nicht sagen, dass das jetzt so das Ding ist. Und das wäre halt vor allen Dingen, das war glaube ich auch der Hinweis, dass wir wegdenken von dem privaten Autodesitz. Also dass das einfach das Auto auch eine fahrende Batterie ist und nicht mehr. Genau. Und ich würde jetzt ungern auf Basis von Autos, egal ob im Privatbesitz oder als Sharing-Modell, sie als alleinige Grundlage der Versorgungssicherheit sehen wollen. Es sei denn, sie haben auf dem Dach noch ein Windrad. Oder so. Genau, genau. So, dann Belafang schreibt, wie begegne ich Verlustängsten? Ich erlebe oft, dass in Diskussionen Argumente kommen aller, das bedeutet Demobilisierung der Landbevölkerung oder das eigene Auto ist bequemer. Aber auch Argumente nach dem Motto, solange ÖPNV und Alternativen nicht besser als Auto sind, will ich Auto fahren. Ja, kurze Schlafapnoe. Das sind halt, das ist, habt ihr das Bullshit-Ding oder Verkehrswende schon? Gerne mal an mir gucken, könnt ihr euch mal angucken, da sind diese ganzen Sachen genannt. Erstens machen wir das, was möglich ist und das ist wahrscheinlich schon ein Drittel weniger Autos, wenn wir ehrlich werden. Und diese Verlustängste wandle ich immer um, dass ich sage, es gibt ja zum einen die Tendenz, wenn Menschen alt werden im ländlichen Raum, dass sie in die Stadt zurückziehen oder zu Kindern, weil sie nicht mehr selbstständig mobil sein können. also die ganze, die ganze Autobiografie im wahrsten Sinne von ländlichen Räumen einfach mal zu durchbrechen und zu lebenswerten Räumen zu kommen, wo Kinder vielleicht auch wieder auf dem Land einfach mal draußen spielen können. Also ich würde diese Verlustängste als etwas bezeichnen, was auf den Verlust von etwas abzieht, was eh schon nicht mehr sicher ist. Also das ist eine Sicherheit, die euch davor gegaukelt wird, dass es alles so weitergehen kann, wie bisher. Und das ist nicht so. Das ist eine Lüge. Das ist doch eine gute, wenn auch... Also ich würde es im 1 zu 1 Kontakt nicht so krass sagen, aber ich glaube, es ist hier bei diesem Format wichtig, weil auch gerade dieses Chart da steht, es kann nicht so weitergehen. auch ländliche Bevölkerung kann nicht mehr die Tendenz zum Viertwagen haben und alle Wege, jeden zweiten Weg unter fünf Kilometer mit dem Auto fahren. Ja. Wir haben gleich auch noch eine, Entschuldigung, wir haben gleich auch noch eine Literaturempfehlung dazu, was da auch helfen kann. So, das wäre vielleicht noch was Interessantes. Und neben dieser ganzen Gesetzessache, nämlich, dass jetzt ja ohnehin so Verbrenner und damit Autos auch immer weniger werden, man darf ja nicht vergessen, neben dieser ganzen Entwicklung hier, Wohlstand, was ja an der Grundlage ist, um überhaupt ein Auto leisten zu können, wird die nächsten Jahre eher so gehen. Also wenn wir gegen die Klimawandel nichts tun, wird sowieso irgendwann die Möglichkeit, sich ein Auto zu kaufen, auch gar nicht mehr für alle so gegeben sein. Also so oder so ändert sich gerade was, ob wir wollen oder nicht, bei Design oder bei Desaster. Und das bedeutet, wir müssen das eher embracen und irgendwie schauen, wie wir irgendwie das neu denken, anstatt nur zu sagen, ich will aber zurück in die 60er. Und apropos Design, ich muss da wirklich schmunzeln und ich kann mir jetzt so ein bisschen vorstellen, wie es dir so täglich geht, Katja, nur so ein bisschen, weil wir haben ja auch ganz nette Leute auf einmal im Chat, die ich noch nie vorgesehen habe, die ganz komische Dinge zum Teil schreiben, wo ich mir dann sage, meine Trolle. Wo ich dann sage, hört ihr zu? Also ich, das ist doch alles schon gesagt worden. Also hier so Dinge zu sagen, auf dem Land gibt es noch keine Alternative zum Pkw. Ja, das ist korrekt. Also A, es gibt welche, aber noch nicht so ausreichend, dass wir jetzt hier alle zufrieden werden. Also was ist denn das für eine Aussage? Es geht doch die ganze Zeit hier rum, eine andere Mobilitätspolitik zu machen, nämlich den öffentlichen Nahverkehr zu stärken und die Leute teilhaben lassen an Mobilität. Es hat niemand gesagt, dass wir jetzt morgen das Auto verbieten und dann seht zu, wie ihr von A nach B kommt. Also Leute, wirklich, da weiß ich auch nicht. Willkommen in meiner Welt. Ja, also die Nerven hätte ich wirklich nicht. Also da würde ich jeden Tag 100 Herzinfarkte haben. Wahnsinn. Wahnsinn. Patrick ist ein Cagefighter-Mode. Ja, also nee, wirklich. Wenn da ansonsten nicht gehaltvolles mehr ist, können wir auch in die nächste Runde gehen. Nee, nee, ich habe tatsächlich noch, das war jetzt nur eine Zwischenbemerkung. Ja, was finde ich wichtig, so hart wie es klingt, ich brauche so Dudes wie euch, die da auch mal so, wie ihr da so sitzt. Das ist genau das. Das ist so, wenn ich sagen würde, oh, mein Knie blutet immer noch. Ich habe es mir gestern angeschlagen, aufgeschlagen. Was mache ich denn nur? Also das sind so Dinge, wo ich so denke, geht in die Eigenverantwortung. Wendet euch an die Leute, die da vor Ort arbeiten an solchen Dingen und sagt, so akzeptiere ich das nicht mehr. Wir laufen auf eine Veränderung hin, was sind eure Ideen? Garantiert, jeder Landkreis hat irgendwelche CO2-Pläne, was auch immer. Geht da hin zu den Führungspersonen und sagt, und dann seid ihr zur Not, auch wenn das mir auch schwerfallen würde, seid ihr die Leserinnen-Briefschreiber. Nehmt euch den Raum, sagt, so geht es nicht weiter, ich fahre jetzt noch zwei Jahre Auto, aber will ich die Karre loswerden, weil die mich hunderte Euro kostet. Was sind eure Ideen? Da seid ihr am Zug, das zu verändern. Das meinte ich doch mit den Bildbanden und verändert was. Ja. So sieht es aus, aber kommen wir zu anderen Fragen. Also, Mighty Boar schreibt, ach übrigens, schönen Gruß an die Twitch-Community, die waren ganz erstaunt, wie, was, hier ist doch gar kein Quatsch geschrieben worden, das ist richtig, das war nur drüben mit diesem roten Zeichen bei YouTube. Twitch, alles ganz geregelt. Meinti Boar schreibt Frage, toller Vortrag, was hältst du von den Velorouten in Hamburg? Ich pendle täglich zwischen St. Pauli und Eimsbüttel, da liegen Welten zwischen der barrierefreien Sicherheit der VerkehrsteilnehmerInnen. Da muss ich jetzt mal eine Lokalkudelried, ganz so viel Annias Tjaks als Verkehrswende-Senator, so nennt er sich ja auch tatsächlich, schlagen, dass er natürlich auch ein gewisses Erbe angetreten ist. Also, bei bestimmten Planungen, und davon haben wir jetzt auch durch die Autobahn relativ viel gehört, wie lange sowas dauern kann, konnte er, glaube ich, überall rechts und links noch 15 Zentimeter dran klatschen. Leute, die nicht in Hamburg wohnen, sind zufriedener als wir. Also, das muss ich auch mal gestehen. Also, immer wenn mich Leute besuchen, sagen sie, oh, ja, schon wieder was entstanden, jetzt an der Alster, Wahnsinn. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, weil wir hier auch Alltagsmobilität haben, haben wir vielleicht auch nicht mehr Beginners-Mind oder wie man es nennen soll. Aber auch mir ist es natürlich zu langsam. Auch mir ist es viel zu sachte, dass jetzt hier vor meiner Haustür ein paar Platz 17 Cent am Tag kostet. Also, ich versuche es mit Humor zu nehmen, habe das auch auf meinem Autokorrektur-Insta letztens geteilt, weil ich mit meinem Bürobuddy, wir haben uns so ein bisschen, wir sind eigentlich sehr optimistische Typen, aber haben uns irgendwie, wie soll man das verändern? Solche Tage haben wir alle und dann haben wir so gesagt, jetzt machen wir was und dann hat Jan mich gefilmt, wie ich aus dem Büro rausgehe und da stehen wirklich nur Bullis, es ist Nähe Gängeviertel. Ich verstehe das total, man muss sein Hobby doch einfach auch hier in den öffentlichen Raum stellen, aber ganz ehrlich, dann zeige ich halt, dass man da Camping und keine Ahnung was hinstellen kann, ich verstehe noch nicht so richtig, wo ich meins hinstelle und dann hat er mir so eine Giraffe dahin gestellt. Also einfach mal, um zu zeigen, wie absurd das ist, was wir da so machen, einfach auch mal zwischendurch wieder den Humor zu finden so, weil ich glaube, die Absurdität von der ganzen Systematik ist uns manchmal so nicht bewusst, weil wir so damit aufgewachsen sind seit den 70ern, dass es einfach so ist, wie es ist, das muss man ja gar nicht hinterfragen. Und da ist glaube ich manchmal auch, um das jetzt abzuschließen, Lob angebracht, wenn sich was verändert, weil ich glaube, es gibt nichts Frustrierenderes, wenn du selber unzufrieden bist, weil alles so langsam gehen und alle neggern. So, wir sind so weit, wie ich das überschauen kann, mit den Fragen durch. Aus dem Chat zumindest. Aber Jens, du wolltest glaube ich noch irgendwie was. Nee, ich bin gerade mit meinem Kram schon durch. Sehr gut. Das heißt also, wir können gerne, falls noch weiter Fragen kommen, weil wir haben nämlich glaube ich jetzt in den weiteren Rubriken noch zwei, drei Sachen, wo auch irgendwie Katja total spannend ist, das zu besprechen, weil ich glaube, wir da anschließen zu dem. Ich würde einfach mal rein starten, wenn ihr keinen Einwand habt und dann können wir mal gucken, was da noch irgendwie sich alles so in der Chatdynamik ergibt. So, einmal da war sie nochmal, genau. So, Shift Happens. Ganz kurze Geschichte zu dem ersten Einbringer. Über Shift Happens versuchen wir halt immer so ein paar aktuelle Sachen zu erzählen und das so ein bisschen halt einzuraden. Und der erste Punkt ist, ich selber komme ja von der Insel. Und auf der Insel drumherum, da gibt es Seehunde. Und die sehen dann, wenn sie klein sind, so aus. Also nicht so, aber es sind andere Seehunde, aber ihr wisst schon, dass ich meine kleine, süße Säugetiere, die im Wasser leben. Und wenn die dann irgendwie Junge kriegen, dann sind Mama und Papa Seehund dann irgendwie raus und fangen dann irgendwie so Sachen und so weiter. Und die Kleinen, die bleiben dann auf so einer Sandbank dann üben mich so und sind dann natürlich dann verwirrt und haben Angst und sind traurig und weinen dann.